Herzlich willkommen zu unserer Veranstaltung 50 Jahre 1968, Lehrende aus dem Kanzler in die Zukunft. Wir sind der Sozialistisch-Demokratische Studierendenverband und sind seit einigen Jahren hier an der Universität aktiv. Dieses Jahr jährt sich 1968 zum 50. Mal. Den meisten ist es irgendwie ein Begriff, häufig wird damit verbunden, langhaarige junge Menschen, die gegen ihre Eltern rebellieren. Doch der 68er-Bewegung ging es um viel mehr. Im Prinzip war weltweit eine ganze Generation in Aufruhr und zwar nicht nur, um gegen regressive Moralvorstellungen der älteren Generation zu protestieren, sondern um gegen dieses ganze System des Kapitalismus zu protestieren. Es gab den US-Krieg in Vietnam, es gab weltweite Proteste gegen diesen Krieg. In Deutschland oder in Europa und der Welt haben sich Hunderttausende von Studierenden, Schülerinnen und Arbeiterinnen zusammengeschlossen. Und Grediten in Bewegung. In Frankreich streikten Millionen Arbeiter in einem riesigen Generalstreik, der sogar die Regierung in Panik versetzte. Und genau in Deutschland war mittendrin und hier prägte der Sozialistische Deutsche Studentenbund, kurz SDS, wie er damals noch hieß, auf dem wir uns auch berufen, noch die Proteste. Und auch hier griffen die Wolte von den Studierenden im Prinzip auf die Arbeiterschaft auch über. Man sieht, es war nicht nur ein kleiner Haufen an den Unis, sondern es ging viel weiter und es waren viele Studierende, die da gemeinsam mit den Arbeitern gekämpft haben. Genau, wir wollen ein bisschen heute drüber sprechen, mit unserem ganzen Volker Mosler, aktiv im historischen SDS. Was können wir aus der 68er Bewegung lernen, was waren deren Stärken, was deren Schwächen. Auch über die konservativen Angriffe auf den linken Aufbruch, damals viel getragen von der Springerpresse, wie ja auch im Prinzip heute noch. Und genau, damit übergebe ich. Gut, also erstmal freue ich mich hier vor so jungen Genossinnen und Genossen sprechen zu können. Ich habe 1972 einen Referenten zu einer Versammlung eingeladen, Karl Retzlaff hieß der. Der war 1922 verantwortlich in der KPD für den illegalen Apparat und war Mitgründer des Spartakusbundes. Und das war 50 Jahre her, von 1972 auf 22. Für mich war das eine Ewigkeit. Wenn ich von 1922 sprach, das hatte mit mir absolut nichts zu tun. Und wenn ich euch hier sehe und den gleichen Zeitabstand mal voraussetze, dann denke ich, habt ihr den gleichen Blick, wie ich damals auf 22, so ihr auf 68. So mein Gefühl, sage ich mal. Und deshalb ist es für mich natürlich immer ein bisschen schwer, einzuschätzen, was ich voraussetze und was nicht. Und ich versuche gerade bei einem jüngeren Publikum möglichst viel zu erklären, weil ich eben davon ausgehe, dass trotz Studium und trotz natürlich politischer Vorbildung vieles nicht voraussetzt gesetzt werden darf. Also so gehe ich mal dran und ich bitte euch auch dann, wenn ich Sachen dann sage, die euch nicht verständlich sind, mich dann zu fragen. Und ja, so ich selber bin 1957 in einer Kleinstadt in Nordhessen in die Junge Union eingetreten und habe Plakate geklebt für die Regierung Adenauer, für die CDU. Da stand drauf, alle Wege des Sozialismus führen nach Moskau und keine Experimente wählt Adenauer. Der Adenauer, die CDU, CSU hat damals in der Bundestagswahl 1957 51 Prozent gekriegt. Das ist außergewöhnlich. Es hat nie vorher und nie danach eine konservative Partei in Deutschland gegeben, die bei demokratischen Wahlen mehr als 50 Prozent bekommen hat. Auch Kohl kam mal auf 46 Prozent oder so, das war es dann aber auch schon. Und also ich glaube, es ist wichtig, diese Vorgeschichte von 68 mitzudenken, um ja die Überraschung und das Erstaunen wahrzunehmen, dass die Herrschenden erfasst hat angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich die Bewegung in den 60er Jahren dann radikalisierte. Ich habe von 1959 mal eine Umfrage rausgesucht. Es gab eine repräsentative Umfrage über politisches Bewusstsein von Studenten in der Bundesrepublik und die ergab, dass 1959 nur 9 Prozent als engagierte Demokraten gelten konnten und die große Mehrheit unter einem undemokratischen Regime keinen Widerstand leisten würde. Die westdeutschen Studierenden waren an Politik nicht interessiert. Die Linke hatte die linken Parteien, dazu zähle ich jetzt mal die KPD, die 1945 neu gegründet war und die SPD, die auch 1945 neu gegründet war, haben zwischen 1947 und 1957 etwa 600.000 bis 700.000 Mitglieder verloren zusammen. Also das ist ein tiefer Absturz und ein entsprechender Aufschwung des Konservativismus. Das sagt eigentlich alles über die Adenauer-Periode von 1949 bis 1963 Kanzler. Und die KPD hatte 1947 200.000 Mitglieder, also mehr als in Westdeutschland, mehr als in den 20er Jahren die damalige KPD hatte, weil es immer so getan wird, ja, die sind alle ermordet worden und dann nach 1945 hätte es die kommunistische Bewegung praktisch nicht mehr gegeben. Das ist ganz falsch. Ja, es gab einen riesigen Aufschwung der Arbeiterbewegung unmittelbar auf den Faschismus, als Reaktion auf den Faschismus. Die SPD hatte an die Millionen Mitglieder Anfang der 50er Jahre und die KPD hatte 200.000 Mitglieder. Zusammen hatten die 1,2 Millionen Mitglieder und Mitte der 57, 58 war die KPD verboten worden, 1957 durch Bundesverfassungsgericht und hatte gar keine Mitglieder mehr. Und die SPD hatte noch 600.000 Mitglieder. Das zeigt mal den tiefen Absturz der Linken. Und die entsprechende Umfrage der Studierenden passt genau dahin. Und ich selber habe mich politisiert im Wesentlichen über die Frage der Kriegsgefahr und des drohenden Atomwaffenkriegs. Ich kann mich sehr genau erinnern an eine Geschichtsstunde im Jahr 1962. Das war während der Kubakrise. Da rollten zwei Supermächte, die USA und die UDSR, aufeinander zu. Und es sah so aus, als würde der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Meine Eltern und meine Verwandten haben sich Lebensmittel gekauft, weil sie dachten, jetzt geht es wieder los. Also es gab das Gefühl, dass es einen neuen Weltkrieg geben könnte, weil die Großmächte über die Frage, ob die Russen in Kuba atomare Mittelstreckenraketen stationieren dürfen, es zum Zusammenstoß zwischen USA und Russland kommen würde. Es kam dann zu einer Einigung, die Russen haben das nicht gemacht. Dafür haben aber die Amerikaner ihre Mittelstreckenraketen in der Türkei abgezogen, was meistens ein bisschen vergessen wird. Also die Amerikaner haben ein Zugeständnis gemacht an die Russen mit dem Ergebnis, dass es eine Anerkennung der Einflussgebiete, wie sie 1945 am Ende des Krieges hergestellt waren, eine gegenseitige Anerkennung der Einflussgebiete, zumindest in Europa, akzeptiert wurde. Und es gab dann 1963 Waffenverhandlungen, Atomwaffenverträge zwischen Russland und USA mit Obergrenzen und Aufrüstungsbeschränkungen. Das heißt, Mitte der 60er Jahre, 1961 ist, muss man dazu sagen, in Berlin die Mauer gebaut worden, das war vielleicht der Höhepunkt und die Kubakrise war der Höhepunkt des Kalten Krieges. Dann gab es eine Phase der Annäherung und des Taubetters. Und es hat dazu geführt, dass der Antikommunismus Mitte der 60er Jahre längst unter Erhard, längst nicht mehr die Durchschlagkraft hatte, wie unter Adenauer 1957. 1957, außerhalb der SPD, links von der SPD politisch aktiv zu sein, war am Rande der Illegalität. Also es war richtig gefährlich, auch konnte man im Gefängnis landen, also für kommunistische Ideen. Und 1965 hat der Erhard eine Kampagne gegen Linksintellektuelle während des Wahlkampfs gemacht. Er nannte die die Pinscher, den Ausdruck hat er damals verwandt, um die heimatlose Linke, wie sie sich nannte, weil es links von der SPD nichts gab. Die SPD sich nach rechts entwickelte seit 1959. Und viele Intellektuelle, die diesen Weg der SPD nach rechts nicht mitgemacht haben, sodass der Erhard dann seine Kritiker versuchte mundtot zu machen. Aber das war ein Lacher. Keiner hat den Erhard und seine Kampagne damals ernst genommen. Und das war ein totaler Unterschied zu Adenauer 1957. Ich sage mal, es gab eine ideologische Krise des Systems, die Mitte der 60er Jahre eben zum Ausdruck kam darin, dass linke Ideen nicht mehr so isoliert waren wie noch Anfang der 60er Jahre. Als der SDS 1964 zu einer Demonstration in Berlin aufrief. Ich bin 1963 in Göttinger SDS eingetreten. Der SDS muss ich noch vorneweg schicken. Du hast ja vorhin den SDS erwähnt. Der Sozialistische Deutsche Studentenverband war der Studentenverband der SPD, zwischen 1945 neu gegründet und 1961. Helmut Schmidt war Mitglied, viele führende Sozialdemokraten waren in diesen Jahren Mitglied des SDS gewesen. Der SDS hat sich Ende der 50er Jahre unter dem Einfluss der Anti-Atom-Bewegung, die es ab 1957, 58 in verschiedenen europäischen Ländern gab, selber nach links entwickelt. Die SPD hatte auch eine sehr große Anti-Atom-Bewegung angeführt. 1958, Kampf dem Atomtod, nannte sich diese Kampagne. Es gab eine Debatte, die neu entstandene Bundeswehr sollte mit Atomwaffen aus, nach dem Willen von Adenauer und Strauß, dem damaligen Verteidigungsminister, sollten die mit Atomwaffen ausgerüstet werden. Und dagegen gab es einen großen Widerstand der Bevölkerung. Und die SPD hat diesen Widerstand Ausdruck verliehen. 1959 hat die SPD eine Rechtswende gemacht. Ich muss die SPD mitbenennen, weil ohne das Verständnis, was mit der SPD passiert ist, kann man auch 1968 nicht verstehen, glaube ich. Also 1959 hat die SPD unter dem Druck der Rechtsentwicklung der Bundesrepublik, des Siegs des Konservativismus, selber eine Rechtswende vollzogen. In Gestalt der Verabschiedung eines neuen Programms, auf dem Godesberger Parteitag wurde ein neues Programm verabschiedet, Grundsatzprogramm verabschiedet, wo Abschied genommen wurde vom Sozialismus, von Planwirtschaft, demokratischem Sozialismus, kam zwar noch vor die Worte, aber in Wirklichkeit war damit verbunden Bekenntnis zur Aufrüstung, zu NATO, ja, zu möglicherweise auch Atombewaffnung der Bundeswehr. Das kam dann zwei, drei Jahre später dazu. Aber jedenfalls war es eine Verabschiedung von sämtlichen marxistischen Ideen, die die SPD noch in Ansätzen bis dahin vertreten hatte. Also Bekenntnis zur liberalen Marktwirtschaft im Wesentlichen. So viel Markt wie möglich und so wenig Planung wie nötig war, die Zauberformel des Godesberger-Programms. Sodass die SPD wollte unter Führung von Herbert Wehner, ein Ex-Kommunist, der als Linker gestartet war und dann die ideologische Führung der SPD übernommen hatte 1959 und als Linker in der SPD galt, die die Rechtswende unter seiner Führung vollzogen hatte, mit dem Ziel, eine große Koalition mit der CDU zu bilden. Das gelang dann 1966, also ein paar Jahre, sieben Jahre später, kam es zur Bildung einer ersten Regierung mit Beteiligung der SPD in der Nachkriegszeit. Und diese Rechtswende hatte zur Folge, dass die SPD den SDS ausschloss. Im Jahr 1961 wurde er aus der Partei ausgeschlossen. 1984 hat sich die SPD dafür entschuldigt. 25 Jahre später haben sie die führende Alt-SDSler angeschrieben und gesagt, die SPD stünde ihnen wieder offen. Das SDS gab es aber schon seit 15 Jahren, seit 1970 nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Aber 1961 war das eine Morgengabe, ein Beweis dafür, wie ernst es der SPD mit ihrer Willen zur Beteiligung einer bürgerlich-konservativen Regierung, mit einer bürgerlich-konservativen Partei einer gemeinsamen Regierung wäre. Das war eigentlich eine Geste an die CDU, dieser Ausschuss, und ein Willen zur Regierungsbeteiligung, zur Regierungsfähigkeit, das zu demonstrieren. So dass 1961 der SPD auf eigenen Füßen stand, ohne materielle Mittel. Es gab eine Reihe von Link-Professoren und Intellektuellen, die den SDS unterstützten, finanziell unterstützten. Es gab eine Fördergesellschaft des SDS. Da war zum Beispiel der Marburger Professor Wolfgang Abendroth mit drin, der ein wichtiger marxistischer Professor in der Nachkriegszeit war. Und eine Reihe von anderen bekannteren linken Intellektuellen. Die sind alle auch aus der SPD ausgeschlossen, bei der gleichen Gelegenheit, weil sie den SDS mit unterstützt haben. Also die gesamte Fördergesellschaft aus 80 bis 100 Leuten wurde mit ausgeschlossen. Sodass plötzlich eine Gruppe von ein paar hundert Sozialisten und Linken ohne Partei dastand, als zurückgeworfen sozusagen auf einen reinen Studentenverband. Dann, ich kann mich erinnern, als ich eintrat in den Göttinger SDS, ich würde das als die Seminar marxistische Epoche des SDS benennen. Dort haben wir hauptsächlich Schulung und Schulungskreise gemacht. Wir haben auch mal ab und zu eine Veranstaltung gemacht. Da kamen vielleicht 20, 30 Leute. Und es gab wenige Aktionen. Es gab einzelne Aktionen, wie zum Beispiel bei der Verhaftung von Augstein, dem Herausgeber des Spiegel 1962, wegen Geheimnisverrats damals, hat der SDS aufgerufen zu Gegenkundgebung. Da kamen aber bloß ein paar Dutzend Leute zusammen. Das war jetzt keine großen Geschichten. Also die gingen dann auf die Straße und war kein großer Widerhall da. Das zeigt nochmal, wie isoliert zu diesem Zeitpunkt, wenn die Verhaftung von Augstein drei oder vier Jahre später passiert wäre, wären Tausende auf die Straße gegangen. Das ist meine These. 1962 gingen ein paar Dutzend auf die Straße. Aber 1964 geschah etwas Interessantes. Und das, ich würde sagen, 1964, Herbst 64, war der Beginn von der Wende nach links, die sich mit den Möglichkeiten, größere Massen zu mobilisieren, ausdrückte. Ich sage gleich ein Beispiel. Die Seminar-Marxistische Epoche, der SDS hatte ungefähr 400 Mitglieder zu diesem Zeitpunkt an 30 verschiedenen Universitäten. Die Delegiertenkonferenzen bestanden aus 120, aus 130 Delegierten, etwa aus diesen 30 Gruppen. Die fanden jährlich statt. Es gab auch Seminare, also auf Bundesebene Seminare. Und ab und zu, wie gesagt, auch eine Aktion oder Beteiligung an Ostermärschen beispielsweise. 1964, ich habe hier ein Buch mir rausgekramt von Bergmann, Dutschke, Lefebvre und Rabel. Das war ein Führer des SDS 1967-68. Dutschke kennt ihr alle. Und Dutschke schreibt da drinnen einen Aufsatz. über die Widersprüche des Spätkapitalismus, Studenten und ihr Verhältnis zur dritten Welt. Und da beschreibt er eine Demonstration, an der er in Berlin teilgenommen hat. Und zwar ging es um den Besuch von dem kongolesischen Ministerpräsidenten Moise Jombe in West-Berlin. Und der Jombe war mitverantwortlich für die Ermordung des berühmten, bekannten afrikanischen Revolutionärs Lumumba in Kongo. Der kurze Zeit Präsident geworden war auf Basis einer antikolonialen Revolution im Kongo. Und der Jombe hat in Absprache mit den Amerikanern diesen Lumumba ermordet. Und er hat auch sonst die linken Intellektuellen und Sozialisten hinschlachten lassen. Also er war ein richtiger Schlechter, der Jombe. Und der wurde, schreibt der Herr Dutschke hier, nach den relevanten Gesprächen in der Bundesrepublik über die Beteiligung westdeutscher Konzerne am Kongo-Katanga-Geschäft, das ist ein mineralreiches Gebiet im Kongo, wo es Diamanten, Erze, alle möglichen Rohstoffe gibt, wo es sehr, sehr viel Geld zu verdienen gibt, immer noch und damals schon gab. Also nach den relevanten Gesprächen über die Beteiligung westdeutscher Konzerne am Kongo-Katanga-Geschäft galt es noch schnell, das gesamtdeutsche Ritual, einen Blitzbesuch bei Berlin, Willi und an der Mauer zu absolvieren. Das war so üblich, dass Diktatoren nach Berlin eingeladen wurden, um als Zeuge der freien Welt die Unfreiheit im Osten zu beklagen. Also die kletterten da auf so ein Treppchen an der Mauer und guckten zusammen mit dem Willi Brandt nach Ost-Berlin und sprachen sich, was ist da schlimm da drüben, was sind das für schlimme Verhältnisse. Ich sage mal, die Masse der Studierenden an der FU und in Berlin waren zu dem Zeitpunkt bestenfalls Demokraten, sage ich mal. Sozialisten gab es kaum. Es war eine ganz, ganz kleine Minderheit. Jetzt beschreibt der Dutschke, wie die Reaktion auf den Aufruf von dem SDS war, dass überraschenderweise 800 und nicht wie vorher ein paar Dutzend nur kamen. Da sagt er, wir hatten uns weder organisatorisch noch technisch auf die Demonstration vorbereitet. Sie war ordentlich angemeldet, aber ein Verständnis der Demonstration als Kampfinstrument der Bewusstwerdung, primär für die an ihr Beteiligten hatten wir damals noch nicht, sagt er. Also dass die Demo vor allen Dingen als Ziel die Demonstranten hat, um die zu politisieren, daran hatten wir noch nicht gedacht, sagt er. Historisch nicht uninteressant ist, dass der SDS und die FDJ Westberlin, das war eine SED-Jugendorganisation, die in Westberlin nicht verboten war, weil da gehörte ja nicht zur Bundesrepublik Deutschland Westberlin, ein eigener Stadtstaat, der unter besonderen Verwaltung war, also ihre ersten gemeinsamen Aktionsbestrechungen durchführten. Da war vom SHB, das war der neu gegründete Sozialdemokratische Hochschulverband, der Liberaldemokratische Studentenverband, die waren auch anwesend, aber die Aktionseinheit scheidete daran, weil die anderen mit der FDJ sich nicht an einen Tisch setzen wollten. Aber sie haben trotzdem zusammen alle aufgerufen zu dieser Demonstration. Und sagt er, Dutschke von entscheidender Bedeutung bei der Demonstration vor dem Flughafen und später auf den Straßen in Richtung Schöneberger Rathaus war die Bereitschaft, bei der Mehrheit der Demonstranten zu einer Illegalisierung der Demonstration, war ihre Entschlossenheit zum gemeinsamen Handeln und gegen die fetischisierten Spielregeln der formalen Demokratie vorzugehen, also die Polizeiauflagen, die nicht zu beachten, die zu durchbrechen und zwar bewusst zu durchbrechen. Ich glaube, das ist ein sehr wesentliches Moment an Dutschkes Rolle, die er dann auch gespielt hat, dass er daraus eine Taktik und eine Strategie gemacht hat, der Mobilisierung der Studentenschaft, der bewussten, gezielten Regeldurchbrechung und auch verbunden damit eine radikale Kritik an der bestehenden Form der parlamentarischen Demokratie. Er ist offen für eine Rätedemokratie eingetreten und hat für den Sozialismus, für den Sturz des Kapitalismus in allen seinen Reden eingetreten, hat sich den Hass innerhalb kürzester Zeit der Herrschenden zugezogen und aber er beschreibt hier eben am Beispiel dieser Chombe-Demonstration, wie zum ersten Mal in der Demonstration die Studenten dann durch bewusste Regeldurchbrechung einen Überraschungserfolg hatten. Er beschreibt dann nämlich, der lange Marsch vom Flughafengelände bis zum Rathaus Schöneborg mit Umgehung der Polizeisperren betrug circa zehn Kilometer. Eigentlich hätte schon damals Dünsing, da war es der Polizeipräsident, wegen Unfähigkeit seinen Amt dreigeben sollen. Er hat es nicht verhindert, dass die nämlich da in die Innenstadt kamen, wo der Chombe war, vom Flughafen. Wir erreichten als geschlossene Gruppe das Rathausgelände, ohne allerdings sofort die taktischen Möglichkeiten des stattfindenden Marktes für die Partisanentätigkeit auszuwerten, also in dem Markt zu verschwinden und sich aufzulösen und dann wieder zuzuschlagen. So konnte sich die Polizei doch noch formieren, gestattete eine Delegation, also von Studenten, die in ihrem Protest abgehen durften und die Aktion bekam dann ambivalente Momente. Subversiv wurde sie noch einmal zum Schluss, als es doch noch gelang, das abfahrende Chombe-Auto mit einem Tomatenterror-Bombardement zu überschütten. Da sagt er, das war wichtig. Dieses Tomaten-Bombardement war deshalb wichtig, weil es eine Riesenempörung in der bürgerlichen Presse, eine Riesen-Hetzkampagne gegen die radikalen Studenten, die Instrumente des Kommunistas muss sein, losgetreten hat. Und unter den Teilnehmern, Teilnehmend 800, gab es eine sehr wichtige Debatte über das, was da passiert war, ob diese Tomatenwürfe denn angemessen waren. Und die Argumente waren sorgfältig und sie waren wichtig. In der Aufklärung über diese Aktion wuchs das Selbstbewusstsein der Studierenden, dass man eben sich nicht an die Regeln halten muss, die unbedingt von den Herrschenden vorgesehen wurden. Ich greife ein bisschen vor. 1967, einer der wichtigsten Theoretiker der Bewegung, Studentenbewegung, war ein Philosoph, Herbert Marcuse. Er war Deutsch-Amerikaner, eigentlich war er deutscher Jude, der 1933 mit Adorno und Horkheimer im Institut für Sozialforschung in die USA geflüchtet war, dann da geblieben war, ist nicht mit dem Institut zurück nach Deutschland gekommen, nach dem Krieg, sondern ist ein Berkeley-Professor geworden, hat 1963 die erste große Studentenbewegung in Berkeley mit unterstützt, hat dort die Sit-Ans mit unterstützt, hat sich von Anfang an sehr aktiv mit den Studenten dort solidarisiert, die teilgenommen hatten an der Bürgerrechtsbewegung in den Südstaaten, ist ja jetzt viel im Fernsehen auch über die Ermordung von Martin Luther King berichtet worden und die Protestaktion, die im Süden dann 1963 ihren ersten Höhepunkt fanden. Also das hat, diese Erfahrungen, den neuen Studentenrevolte, waren dem Herbert Marcuse sehr wohl bekannt aus eigener Erfahrung und er hat 1967 einen Aufsatz geschrieben gegen die repressive Toleranz. Ich erwähnte ihn nochmal in Anhang an die Zombie-Aktion, weil er hat das terrorisiert, was dort in der Praxis vorgemacht worden war und das war sehr wichtig. In diesem Aufsatz schrieb er, dass die formale bürgerliche Demokratie tolerant ist gegenüber der Opposition, gegenüber oppositionellen Gruppinnen, dass es Rederecht gibt, Demonstrationsrecht, aber alles in den strengen Regeln, die Gerichte und Gesetze in bestimmten Formen zulassen. Und dann sagt er in dem gleichen Aufsatz, es gibt keine herrschende Klasse, die irgendwann den Unterdrückten es erlaubt hatte, sich zu erheben gegen ihre Unterdrückung. Es wird es nie geben, es hat es nie gegeben und eine unterdrückte Klasse, die von vornherein darauf verzichtet, auf Gegengewalt anzuwenden, die hat schon verloren, die braucht überhaupt nicht anzutreten. Das schreibt er in diesem Aufsatz. Der Aufsatz hat eine zentrale Rolle in der Debatte über Gewalt und das Verhältnis zur Gewalt im SDS gespielt und der Aufsatz war sehr intelligent und sehr sorgfältig argumentiert und hat eine große Wirkung auf den SDS gehabt zu dem Zeitpunkt. Er hat das terrorisiert, was Dutschke und die Studenten 1964 eigentlich mit der regelbewussten Regelverletzung vorgemacht haben. Es gab dann eine Diskussion, ob Gewalt gegen Sachen oder Gewalt gegen Personen, und das zog sich auch noch ein bisschen hin. Jedenfalls, als dann 1968 in Berlin ein großer Vietnamkongress im Februar 1968 stattfand, da hing an der Front transparent, neben Sieg für den Vietcong, also den vietnamesischen Befreiungskampf gegen US-Imperialismus, stand da in großen Lettern in Che Guevara, Zitat, es ist die Pflicht jedes Revolutionärs, die Revolution zu machen. Wenn man das wörtlich nimmt, landet man natürlich bei der RAF, würde ich sagen. Und das ist auch ambivalent, würde ich mal sagen. Dieser Spruch, aber auf der anderen Seite, bedeutete der Spruch zunächst erstmal eine Stimmung, die im Februar 1968 massenhaft an den Universitäten entstanden war, das Gefühl einer weltweiten Befreiungsbewegung seien, eines Prozesses an der sozialistischen Weltrevolution zu sein. Das war das Gefühl, was sich darin ausgedrückt hat. Und die Teilnehmer, ich war damals auf diesem Vietnamkongress mit 20 Chemie-Jungarbeitern gewesen, die sich dann schon dem SDS angeschlossen hatten. Also Anfang 1968 tauchten plötzlich Jungarbeiter auf den Studentenversammlungen auf und wollten Mitglied in einem Studentenverband werden. Und die Dynamik der Bewegung war so, dass von, sag ich mal, von 1964 an die Demonstrationsteilnehmerzahlen rapide anwuchsen. Man kann sagen, die Zahlen verdoppelten, verdreifachten, vervierfachten sich von Mal zu Mal. Und das Gefühl der Stärke und der Allmacht, sag ich mal, dass man den Kapitalismus auch stürzen kann, griff in einer Weise um sich, die man sich so vielleicht gar nicht vorstellen kann heute. Und das ist die eine Seite des Vorgeschichts, des Ende des Kalten Krieges, die Möglichkeiten, die ideologische Krise des Herrschaftssystems, die im Wesentlichen auf einem sehr, sehr harten Antikommunismus basiert hat, das war erschüttert. Gleichzeitig gab es einen langen wirtschaftlichen Aufschwung, das darf man auch nicht vergessen. Wachstumszahlen in den 50er Jahren von 8 bis 10 Prozent, Wachstum des Bruttosozialprodukts jährlich. 1958 war der Arbeitsmarkt absolut leergefegt, obwohl immer noch hunderttausende Arbeiter aus der DDR jedes Jahr rübermachten, wie es damals hieß. Von 1949 bis 1961 zum Bau der Berliner Mauer kamen etwa zwei Millionen Facharbeiter im Wesentlichen aus der DDR nach Westdeutschland. Trotzdem, 1958 war das Jahr, wo die Regierung Adenauer die ersten Verträge mit Italien, dann mit Spanien abschloss über den Import von Gastarbeitern. Die hießen erst Fremdarbeiter. Dann 65, 66, glaube ich, wurden ab 65, 66 wurden sie Gastarbeiter genannt. Aber auch das ist natürlich ein diskriminierender Begriff, weil sie es von vornherein impliziert, ihr bleibt nur wie gute Gäste für kurze Zeit und dann verschwindet ihr wieder. Und das war auch, so sahen die Arbeitsverträge auch aus. Also Mitte, Ende der 60er Jahre waren etwa zwei Millionen ausländische Arbeiter in Deutschland tätig geworden. Vor allen Dingen aus Südeuropa zunächst. Danach kamen noch viele aus der Türkei vor allen Dingen dazu. Und das Zweite, was geschah, und das ist auch nicht unwichtig, der leergefegte Arbeitsmarkt führte zu einer veränderten Haltung der Industrie zur Frauenerwerbstätigkeit. 1963 gingen Werber von Siemens von Haus zu Haus und klingelten an den Türen und versuchten die Hausfrauen dazu überzeugen, bei Siemens arbeiten zu gehen. Die seien sehr saubere Arbeitsverhältnisse, sie würden sich die Hände nicht schmutzig machen, wurde ich den Frauen versprochen. Und sie könnten in drei Monaten sich das Geld für den Pelzwandel verdienen. Das war das Versprechen, was sie den Frauen abgaben. Und das Interessante ist, dass ja, es gab eine Umfrage, eine Umfrage, ich wollte mal gerade meine Notizen da rausholen. Na, ich versuche es so zu erzählen. Es gab eine Umfrage der Bild-Zeitung 1964 unter Hausfrauen. Und die ergab, dass 82% aller Hausfrauen unzufrieden mit ihrer Ehe waren. Und die gleiche Umfrage ergab, dass etwa 90% der Männer hochzufrieden waren mit ihrer Ehe. Und zwar, sie empfanden das als ein wohliges Heim, wo es sich lohnt, abends nach Hause zu kommen und alles schön bereit zu finden. Die Frauen waren Mitte der 60er Jahre nicht mehr zufrieden. Und die Bild-Zeitung kam mit dieser Riesenschlagzeile sehr zum Entsetzen konservativer Familienpolitiker und Kirchenfürsten und Kirchenväter, muss man sagen, und von Soziologie-Professoren damals, die die heilige Familie hochhielten und die Berufstätigkeit Frau, wenn sie Kinder hatte, die galten als Rabenmütter. Und ich empfehle immer mal, euch Heimatfilme anzugucken aus den 50er Jahren und dieses Frauenbild sich dort genau anzuschauen. Die Frauen mussten hübsch sein, sie mussten aber auch gute Mütter sein. Und beides war wichtig, ja, um ihrer Frauenrolle zu Genüge zu tun. Aber Anfang, Mitte der 60er Jahre brach das immer mehr durch, und zwar unter dem Druck der Industrie, Frauen einzustellen. Die Frauenerwerbstätigkeit begann langsam anzusteigen, obwohl die Frauen zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht alleine entscheiden durften, ob sie überhaupt arbeiten gehen. Ich glaube, 1962 durften Frauen zum ersten Mal ein eigenes Konto eröffnen. Bis dahin mussten sie, wenn sie arbeiten gingen, das Geld beim Mann abliefern. Und erst 1978 wurde die rechtliche Gleichstellung, die völlige rechtliche Gleichstellung der Frau in der Ehe beschlossen, in vielerlei Hinsicht. Also das hat noch über 15 Jahre gedauert. Auf jeden Fall, ich sage das deshalb, weil die steigende Frauenerwerbstätigkeit und der Druck auf die Frauen arbeiten zu gehen, von Seiten der Industrie, unterhüllte das konservative Frauenbild. Sodass 1968 dann, als im SDS eine Gruppe von Frauen das Problem Frauenunterdrückung thematisierte und aufrief zu einer Kinderladenbewegung und zu Demonstrationen gegen Abtreibung dann sehr rasch und für andere Frauenrechte, das eine Explosion von Frauenkämpfen und Frauendemonstrationen auslöst. Also ich würde sagen, bis Mitte der 70er Jahre sind hunderttausende Frauen auf die Straße gegangen. Im Zentrum stand der Kampf für das Recht auf Abtreibung. Also es war eine direkte Folge, würde ich sagen, veränderter ökonomischer, sozialer Bedingungen, die den Aufschwung von Kämpfen um Gleichberechtigung der Frauen begünstigt haben. Aber auch hier war es der SDS, der im Zentrum der sich neu formierenden Bewegung stand. Der SDS war also, ja, ich würde mal das Auge im Sturm, würde ich es bezeichnen. Deshalb rede ich viel über eine SDS. Es gab eine viel größere Bewegung. Die außerparlamentarische Opposition, wie sie genannt wurde, erfasste sehr rasch die gesamte Gesellschaft. Es gab 1968 eine Lehrlingsbewegung, 1860 bis 1969 bis 1973 etwa, wo 10.000 von Jungarbeitern und Lehrlingen sich organisierten in Lehrlingszentren und für überbetriebliche Lehrwerkstätten unter Kontrolle der Gewerkschaften demonstrierten. Und es waren vor allen Dingen Lehrlinge aus den kleinen und mittelbetrieben, wo sie nur ausgebeutet, aber nicht ausgebildet werden. Es gibt zwei Faktoren, die man objektive Faktoren nennen kann, die eine Veränderung der Gesellschaft möglich gemacht haben. Das war das Ende des Kalten Krieges Mitte der 60er Jahre und eine enorme Ausdehnung der Arbeiterklasse auf neue Schichten, die nicht in der Ideologie der Nachkriegszeit geprägt waren von dem Antikommunismus und dem gesamten Gesellschaftsbild der 50er und 60er Jahre mehr geprägt waren. Also eine Umwälzung der Arbeiterklasse durch Zuwachs und enorme zahlenmäßige Ausdehnung. Diese objektiven Bedingungen sind aber nicht allein für sich genug, um so eine Revolte zu erklären. Also ich habe hier einen Aufsatz gelesen gestern, über 68 auf der Zugfahrt hierher, da heißt es von einem Teilnehmer damals, der sagt, dass die 68er-Bewegung ein Ergebnis von, wie sagt das, Er sagt, ich finde es jetzt nicht das Zitat, er sagt, dass es eigentlich keine, dass auch ohne den SDS diese Bewegung stattgefunden hätte. Also weil diese objektiven Widersprüche im Kapitalismus sich so akkumuliert haben. Das finde ich eine ganz falsche und deterministische Deutung von Geschichte. Also es bedeutet ja, dass irgendwie alles von selber passiert. Und das ist das Wichtige an Dutschke übrigens und im Dutschke-Flügel. Er kann das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, im SDS derjenige Theoretiker gewesen sein, der den subjektiven Faktor neu entdeckte. Und das gab eine riesige Debatte im SDS und es gab zwei Lager im SDS, die sich genau über diese Frage gebildet haben. Es gab die Traditionalisten oder Traditionsmarxisten, wie sie kritisch von ihren Gegnern genannt wurden. Und es gab die Anti-Authrotären. Die Anti-Authrotären haben sich in Berlin vor allen Dingen, wurden die stark und wurden die hegemonial im SDS. Die Traditionalisten waren in Köln, in Bonn und München und in Marburg, in der Schule von Wolfgang Abendroth. Es wurde unter dessen Einfluss auch sehr stark geworden. Und die Traditionalisten hatten, ich stand so ganz zwischen diesen beiden Lagern, würde ich mal sagen. In mancher Hinsicht, nämlich die Einschätzung der Rolle der Arbeiterklasse, habe ich mich zu den Traditionalisten gezählt, nämlich die gesagt haben, die Arbeiterklasse ist nach wie vor das revolutionäre Subjekt. Während die Anti-Authrotären mit Herbert Marcuse, der auch da ein Dichtiger Theoretiker war, sagten, die Arbeiterklasse in den entwickelten Ländern mit ihren Kühlschränken, Autos und Fernsehern, ist gekauft, ist manipuliert, unterliegt dem Konsumterror. Konsumterror und Manipulation waren zwei zentrale Stichworte der Anti-Authrotären, mit denen sie das, sag ich mal, die Pazifizierung und die Integration der Arbeiterklasse in den Industrieländern umschrieben. Und das bedeutet, dass der alte Form des Klassenkampfs um Lohn, Ausbeutung, Arbeitszeit, dass das keine Dynamik mehr hat, die systemsprengenden Charakter in irgendeiner Weise auf absehbare Zeit haben würde. Der alte Klassenkampf in der sozialen Form, in der ursprünglichsten Form bei Marx, der ist als ein politisch relevanter Teil ja nicht mehr tragfähig. Sodass der, das war die eine Position, die Differenzen über die Rolle der Arbeiterklasse. Marcuse und die Anti-Authrotären sagten, die Revolution kommt aus den Ex-Kolonialländern, wie in Vietnam oder in Afrika, wo es antikoloniale Revolutionen gab. Che Guevara war, Franz Fanon, ein algerischer Revolutionär. Das waren die meist gelesenen Bücher von 1966, also Theoretiker der anti-imperialistischen Befreiungsbewegung. Und hier, so Brandstiftung oder Neuer Friede, Ernesto Che Guevara, das war ein Muss, das muss man gelesen haben. Oder Franz Fanon, die Verbanden dieser Erde. Diese, also diese Theoretiker der algerischen Befreiungsbewegung, also, die waren relevanter, revolutionärer Kraft nach wie vor, oder überhaupt. Und in den entwickelnden Staaten waren es die Randgruppen. Also in den USA, die Schwarzen, alle die Schichten, die nicht direkt in den zentralen Produktionsprozess integriert waren. In Deutschland gab es als Ausfluss dieser Kampagne, als dieser Theorie 1967, 68, eine Heimrevolte. Dann sind die SDSler zu Heimjugendlichen gegangen in Nordhessen und haben dort die Rebellion in den streng autoritär geführten Heimen organisiert, was eine wunderbare Sache war und wo ich nach wie vor sage, das war eine sehr wichtige Tat, die Revolte in diesen Heimen zu organisieren. Aber es war in gewisser Weise auch ein Ersatz für, oder ein Ausdruck, ja, dass andere, größere Bündnispartner nicht zur Verfügung standen. So, es war eine Notlösung, wenn man so will. Also, dass dann, das war die eine theoretische Differenz, aber die noch wichtigere Differenz und wo ich mit der Dutschke-Fraktion dann auch sympathisiere und je länger ich darüber nachdenke heute, desto mehr sympathisiere ich in dieser Frage mit den Dutschke-Anhängern, ging um die Frage des subjektiven Faktors. Was meine ich damit? Ich zitiere mal aus einem Aufsatz von zwei Cheftheoretikern der Traditionalisten. Der eine ist Kurt Steinhaus und der andere ist Frank Deppe. Frank Deppe ist immer noch aktiv in der Linken und wird, glaube ich, auch auf dem Kongress des SDS im Dezember widersprechen. Also, ich kenne ihn gut aus der 68er Zeit und der hat damals geschrieben im Artikel in der Theoriezeitschrift Neue Kritik des SDS in seiner Schrift Was tun? hatte Lenin in der Auseinandersetzung mit den Ökonomisten, das sind die gewerkschaftslich orientierten, die Bedeutung der Parteiarbeit mit der These begründet, dass die Arbeiter bei einer bloß gewerkschaftlichen Aktivität kaum mehr als ein trade-unionistisches, also gewerkschaftliches Bewusstsein, nicht jedoch ein revolutionäres Bewusstsein entwickeln können, von sich aus. Und um ein revolutionäres Bewusstsein zu entwickeln, muss was Wichtiges hinzukommen. Da sagt er, erst durch die Erziehungsarbeit der Partei sei dies möglich. Und da wiederum der Intelligenz in der Partei. Der Lenin zitiert dann Kautzki, das ist ein sozialdemokratischer Theoretiker, Cheftheoretiker aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ist der Papst der Sozialdemokratie, der theoretische Papst der Sozialdemokratie vor dem Ersten Weltkrieg. Und er beruft sich auf den Kautzki. Und da sagt er dann, erst durch die Erziehungsarbeit der Partei sei dies möglich, also zu Klassenbewusstsein zu kommen. In Anlehnung an diese These ließe sich für unsere Situation, also das SDS und der Studierenden sagen, dass auch radikal demokratisches Bewusstsein der Studenten erst durch die Erziehungsarbeit des SDS und eigenes intensives Studium zu einem sozialistischen Bewusstsein werden kann. Soll ich das nochmal lesen oder habe ich das verstanden? Also die Erziehungsarbeit des SDS führt die Studierenden, die radikal demokratischen Studenten, zu sozialistischem Bewusstsein. Und dann sagt er noch, denn jede expansive Politik, expansive Politik heißt eine Politik, die so mehr Schichten von Studenten in den Politisierungsprozess einbezieht, die von einer nicht gefestigten Basis ausgeht, kann im günstigsten Fall nur einen kleinen Teil des Objektivmöglichen realisieren. Und als Ausfluss dieser These, dass die Erziehungsarbeit des SDS die entscheidende revolutionäre Tat ist, haben sie ein Schulungsprogramm entwickelt. Dieses Schulungsprogramm hat alles umfasst, sage ich mal in Stichworten, es wurde auch beschlossen auf der Delegierten Konferenz 1966, wurde dieses Schulungsprogramm in Umrissen beschlossen, es sollte dann noch materiell ausgefüllt werden, aber wichtig war zum Beispiel, Stalinismus kam in diesem Schulungsprogramm nicht vor. Das Problem, dass der Sozialismus in Russland eine Fehlentwicklung gemacht hatte und in Deutschland auch vor allen Dingen der Stalinismus ja auch zu einer völligen Entmachtung der Arbeiterbewegung geführt hat, finde ich also ein sozialistischer Ansatz, der einfach das negiert, der konnte kein wirklicher Neuanfang sein und das war insofern auch ein Rückfall hinter die Diskussion, die im SDS gab. Als ich eintrat, war der SDS eigentlich eine sehr offene, auch antistalinistische Organisation. Es gab immer wieder Debatten über Stalinismus im SDS, nur in diesem Schulungsprogramm des Bundesvorstandes kamen Lohnpreis und Profit bis Imperialismus und Krieg und Faschismus, alles drin vor und der Sowjetunion hieß es ein Problem des sozialistischen Übergangs, das war mit diesem Wort wurde der Stalinismus im Grunde genommen gerechtfertigt, dass sie eine nachholende Form des Sozialismus sei, das ist ja nun mal mit unschönen Formen verbunden, aber so. Und dagegen hat der Dutschke rebelliert, also er hat ein Gegenprogramm geschrieben und nicht nur ein Gegenprogramm, wo er sich auf marxistische Theoretiker bezogen hatten, die dieses Nacheinander von Erziehungsarbeit und dann irgendwie Expansion, Expansive Politik, die das immer schon kritisiert haben, Rosa Luxemburg ist, wenn man ihre Schriften liest, kann man sagen, Klassenbewusstsein entsteht durch Klassenkampf, das ist eine zentrale Aussage, die man bei ihr immer wieder findet. Und hier sagt man, Klassenbewusstsein entsteht durch Schulung. Das sind Welten, was für die Praxis angeht, das ist unglaublich wichtig gewesen, die Debatte, es scheint ein bisschen herangeholt, aber damals war es eine sehr zentrale Debatte und sie war direkt mit unterschiedlichen Konzepten verbunden, was der SDS tun sollte und was sie auch getan haben. Und es ist nicht umsonst, der Berliner SDS unter dem Einfluss von den Dutschke-Anhängern, von dem die Dynamik ausging. In Berlin gab es 1966 das erste große, nach den Demonstrationen gegen Vietnamkrieg, schon 65, die schon immer größer wurden und 1966 gab es ein Teach-In an der Universität um die Frage der Zwangsrelegation von Medizinern und Juristen. Die Senat und die politisch Verantwortlichen in Berlin hatten sich ausgedacht, die Zahl der Studenten steigt immer rascher. Also es war so, dass 1932, als mein Vater studierte, gab es 40.000 Studenten, 1967 gab es etwa 400.000 Studenten und die Universitäten waren aber nicht gewachsen. Das heißt, die platzten aus allen Nähten. Ein Problem, das ihr auch kennt. Heute gibt es 2,9 Millionen Studierenden, nochmal nebenbei. Und die Lösung war, dass was der SDS damals die technokratische Hochschulreform dachte, das heißt die Durchlaufgeschwindigkeit zu erhöhen. In kürzeren Studienzeiten mehr mit den gleichen Kapazitäten an Lehrpersonal und Material und Räumen zu, das ist ja wie ein Betrieb im Grunde genommen, ja also die Produktivitätssteigerung könnte man das nennen auch, zu Lasten der Studierenden natürlich und auch ihre Möglichkeiten, was anderes als blind zu lernen, zu machen. Und das hat der SDS zu Recht als einen Angriff interpretiert und hat dann die Juristen und die Mediziner, die unter einem Einfluss reaktionärer Burschenschaften und des SDS standen, hat er einen offenen Brief an die Burschenschaftler geschrieben und gesagt, lasst uns gemeinsam einen Teach-In, eine Protestversammlung einberufen, auf dem wir über Aktionen beraten. Der SDS, der RZDS, der Chef war der Diebken, Bürgermeister von Berlin und Mitglieder der schlagenden Burschenschaften, ein absolut reaktionäres Arschloch, der vorher den SDS in der FO bekämpft hatte, bis aufs Messer, der sah sich aber gezwungen, mit dem SDS zu dieser Kundgebung aufzurufen. Warum? Weil er Angst hatte, dass der SDS an den Burschenschaften und dem RZDS vorbei, die Mediziner und die Juristen, die Basis, ihre eigene Basis mobilisieren würde. Das Ergebnis, was 3000 Studenten über zwei Tage lang debattiert haben und der SDS mit etwa 20 sehr intelligenten Beiträgen, die man in den Zeiten des Seminar-Marxismus sich anerzogen hatte, in Form von Schulung. Ich sage nicht, also dass Schulung nicht wichtig ist. Ich sage nur, dass für sich genommen, dass eine Vorbereitung zum Sprung ist, aber wichtiger ist es dann, wenn die Möglichkeiten entstehen und die entstehen nicht immer. Ich sage das mal vorneweg, also was verwehren wir, also nicht aus der Zeit ziehen. Da kann man keine Generalrezepte gehen, jede Zeit hat ihre neuen Möglichkeiten und subjektiver und objektiver Faktor gehören zusammen. Ich habe den objektiven Faktor, habe ich die zwei Punkte Vergrößerung der Arbeiterklasse, Aufschwung des Kapitalismus auf der einen Seite und Krisen des Antikommunismus als die zwei wesentlichen Faktoren, die zu 68 geführt haben. Der subjektive Faktor war Rudi Dutschke, der revolutionäre Flügel im SDS, der den SDS innerhalb von zwei Monaten aufgerollt hat. Ich war selbst Delegierter in Frankfurt auf der Delegiertenkonferenz im September 67, wo es eine Stichwahl gab zwischen den Traditionalisten und den Antiautrotären mit dem Ergebnis, dass die Antiautrotären eine Mehrheit hatten und den Bundesvorstand mit den Gebrüdern Wolf, die beide noch leben, der eine in Berlin und der andere in Frankfurt. Und ich empfehle es sehr, den K.D. Wolf, den Bundesvorsitzenden damals zu dem Kongress des SDS in Berlin einzuladen. Ich habe ihn extra besucht vor kurzem. Ich sage das hier mal extra mit in die Runde, weil ich das Gefühl habe, dass dem nicht genug Achtung, weil ich habe mit ihm geredet und er hat gesagt, er hat in einem Interview gesagt, ich bin 1979 gefragt worden, ob ich grüner Landtagsabgeordneter werden soll. Und was habe ich gesagt? Ihr habt wohl einen Knall, hat er damals geantwortet. Ihr habt wohl einen Knall. Das hat mir sehr gefallen. Und dann hat er gesagt, am Ende des Interviews hat er gesagt, die nächste Revolte kommt bestimmt. Das haben wir auf dem Marx-21-Heft oben vorne drauf als Titelbild. Das kommt vom K.D. Wolf, dieser Spruch. Das habe ich von ihm gelernt. Und ich finde, er hat völlig recht. Ich glaube, dass er recht hat. Die Spannungen des Kapitalismus, die Krisen des Kapitalismus, die führen auf jeden Fall zu Revolten. Und die Frage ist, ob man besser vorbereitet ist beim letzten Mal. Und das Problem ist, auf der einen Seite, die Anti-Autrotären haben sehr gut begriffen, dass man mit neuen Demonstrationstechniken und mit neuen Formen des Widerstandes in einer Zeit, die geprägt war durch die Adenauer-Ära, durch autoritäre Strukturen in allen Poren der Gesellschaft und des Staatsapparates, sehr viel erreichen kann. Es gibt ein Buch von der Grete Dutschke. Gut, okay, ich komme gleich zum Ende. Hier gibt es ein Buch von Grete Dutschke, der Lebenspartnerin von Rudi Dutschke, der vor kurzem rausgekommen ist. Ich möchte es sehr empfehlen. Sehr lebendig geschrieben und sehr gut zu lesen. Und da sagt sie, da sagt sie auch mal, zu Hilfe kam uns damals vor allem die Borniertheit unserer Gegner in Staat und Gesellschaft, die den Schock einer radikalen Infragestellung der Verhältnisse noch längst nicht verdaut hatten. Sie waren sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt worden und schwankten immer noch zwischen sprachloser Hilflosigkeit und überharten Reaktionen. Überharte Reaktionen kann man wohl sagen, als die Bild-Zeitung dann im April, im März 68 aufrief dazu, die Bürger aufrief, gegen die Dutschkisten vorzugehen und selbst das Gesetz des Handelns in die Hand zu nehmen, überlasst die Drecksarbeit nicht der Polizei. Alleine, das so war die Titel, das Bild der Bild-Zeitung, führte dazu, dass ein NPD-Sympathisant das dann umgesetzt hat und den Rudi Dutschke niedergestreckt hat. Also er ist ja zehn Jahre später dann an diesem Attentat dann auch gestorben. Und das war ein Ausdruck einer Überreaktion des Staatsapparates auf die radikale Infragestellung des Nachkriegs-Setups dieser bundesrepublikanischen Gesellschaft und der Kampfansage durch eine beträchtlich schnell wachsende Minderheit. Einer der populärsten Sprüche bei den Demonstrationen 68 war, wir sind eine kleine radikale Minderheit. Das war ironisch aufgenommen aus den Zeitungen, die immer gesagt haben, das ist eine kleine radikale Minderheit. Und je größer diese kleine Minderheit wurde, wenn man 10.000 zu 10.000, das ruft, das macht einfach guten Eindruck. Also das ist mordsgut. Und der zweite wichtigste Spruch bei einer Großdemonstration in Bonn dann gegen die Notstandsgesetze war, wer hat uns verraten? Sozialdemokraten. Und ein dritter Spruch, der sehr populär war, auch auf dieser Demonstration, Kapitalismus führt zum Faschismus, Faschismus muss weg. Das sind die drei Hauptparolen gewesen, 68, auf den Großdemonstrationen gegen die Notstandsgesetze. Und dem entsprach ja eine Radikalisierung einer großen, nicht mehr nur studentischen, sondern Jugendminderheit, die sich in wachsenden Zahlen dem anschloss. Und auf der anderen Seite ja eine Überreaktion des Staatsapparats. Ich muss jetzt hier meinen Referat beenden. Ich sage nur mal, was ich nicht angeschnitten habe und wo wir sollten noch darüber diskutieren, ist das Verhältnis zur Arbeiterklasse und der weiteren Entwicklung. Es gab dann, ich sage mal, 1968 unter dem Eindruck des Generalstreiks in Frankreich eine Wende zum Proletariat. Die Anti-Autrothären schmissen Marcuse in den Mülleimer. Einer ihrer Sprecher kam am dritten Tag des Generalstreiks in Kolbkeller, da haben wir uns damals immer versammelt, der SDS Frankfurt, kam auf mich zu und hat gesagt, Moser, du hast recht, der war Hans-Jürgen Kral, das war der Frankfurter Dutschke, sage ich mal, der kam, der drei Jahre habe ich mich mit dem gefetzt über die Frage über die Rolle der Arbeiterklasse und dann kam er und sagt, du hast völlig recht gehabt, die Arbeiterklasse ist nicht tot. Und das war das Ergebnis eines Erfahrungsprozesses, das in Frankreich die Studentenprozesse zum größten Generalstreik geführt hat. In Deutschland war eine ganz andere Situation, weil die Arbeiterklasse nicht in der, ich würde mal sagen, die höchsten Lohnzuwachsraten hatte. Sie hatten eine Arbeitszeitverkürzung von 48 auf 40 Stunden. 1958 hat die IG Metall die 40-Stunden-Woche durchgesetzt mit null Streiktagen, von um acht Stunden die allgemeine Arbeitszeit verkürzt. Die Lohnzuwachsraten in den 60er Jahren waren die höchsten, die die deutsche Arbeiterklasse je erkämpft hat. Ich sage nur mal, Sozialreformen durch den konservativen Staat, durch die Adenauer Staat prägte die Zeit. Es war keine sozialdemokratische Regierung, sondern der Adenauer Staat, der die wichtigsten Sozialreformen, von der Rentenreform bis zum Bundessozialhilfegesetz verabschiedet hatte. Und dieser Aufschwung in den Lebensbedingungen der Arbeiterschaft in Westdeutschland, dem stand eine völlig andere Erfahrung der französischen Arbeiter entgegen, weshalb in Deutschland, also ich sage mal so, die Studenten haben wie ein Funke gewirkt und die Explosion war sehr unterschiedlich. Es gab auch in Deutschland eine Explosion von Arbeiterkämpfen, aber die war wesentlich geringer als die in Frankreich oder Italien. Und deshalb ist die Frage, also es gab ein Gesetz, kann man sagen, der 68er bewegen, dass überall die Studenten, die Avantgarde waren, den ersten Schritt machten, dass aber dann überall auch ein Aufschwung von Klassenkämpfen stattfand, der von 68 bis 76 dauerte. Die letzten Ausläufer waren das Ende der portugiesischen Revolution im Jahr 1976. So, da mache ich. Darüber habe ich jetzt nur ansatzweise gesprochen, aber sehr wichtig eigentlich, weil es zu der ganzen Strategiedebatte natürlich dazugehört. Ja, vielen Dank. Es ist mir leid, dass ich hier jetzt verdenken musste, damit wir noch ein bisschen Zeit haben für eine Fragerunde und Diskussionsrunde. Ja, nehmt euch ruhig eine Minute und überlegt euch nach, sammelt euch kurz, überlegt euch, ob ihr eine Frage stellen wollt, ob ihr irgendwas zu Diskussionen in den Raum werfen wollt. Und genau, dann machen wir weiter. Ich werde dann gleich während der Fragerunde eine quotierte Redeliste machen und ihr könnt dann drei Minuten reden. Ich gebe euch nach zwei Minuten ein Zeichen, dass ihr jetzt zum Ende kommen müsst und dann genau damit alle mal drankommen. So, vielleicht noch als Anmerkung kurz. Ich habe es auch in meiner Einleitung vergessen. Aktuell in Frankreich, manche haben es vielleicht noch nicht mitbekommen, weil es bemerkenswerterweise in unseren Medien hier in Deutschland wenig beachtet empfindet. 100.000, glaube ich, oder 10.000 Studierende auf den Straßen und blockieren die Universitäten, die Hörsäle. Und auch da formiert sich gerade die Bindung im Prinzip mit der Arbeiterklasse, denn auch die Eisenbahner streichen in Frankreich. Und ja, ein Hauch 68 weht, wenn man so möchte, durch Frankreich. Das habe ich aus einem Artikel geklaut. Ist aber richtig. Genau. Also, von uns sind gerade 17 Genossinnen des SDS, sind gerade da, um ein Grußwort zu überbringen und ihre Solidarität zu zeigen. Genau, das wollte ich nur noch mal anmerken, dass da gerade viel in Bewegung ist. Ihr dürft euch noch kurz, oh, wollt ihr nicht? Ich kann auch direkt anfangen. Da muss ich nur kurz, muss ich meinen Moment, da muss ich noch eine Redeliste. Ja, sicher. Patrick, sonst? Okay, also meine Frage wäre, also was ist der größte Fehler, der auch nicht gemacht wurden, von der aktuellen 68er-Bewegung und von dem wir auch irgendwann lernen sollten. Ihr könnt euch schon während noch jemand redet und melden, dann schreibe ich mich auf. Sollen wir erstmal sammeln oder wollt ihr direkt? Vielleicht, ich weiß nicht, ich kann auch was sagen, aber Gefahr ist das dann so im Dialog. Weitere Fragen? Ich hätte auch mal eine Frage, und zwar, ich wollte jetzt eben die ARF-Fung ganz kurz angeschnitten, und meine Frage wäre, inwiefern denkst du, dass die Anwendung von dieser Gewalt, die ARF dann auch liegt, das vielleicht von den tatsächlichen Zielen von so einer Demonstration dann auch im Endeffekt ablenkt, also was dann im Endeffekt dann davon noch hängen bleibt und ob es da vielleicht auch schlauere Methoden gibt. Also ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel die Anwendung von personeller Gewalt dann halt gut ist, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber das geht ja dann nur, glaube ich, auf die Bewegung und vielleicht nicht auf die wirklichen Interessen, die dahinterstecken, und ob das vielleicht im Endeffekt dann den Erfolg auch so ein bisschen schmälert. Nicht schüchtern sein. Ja, dann stelle ich eine Frage. Vielleicht, ja, wir haben ja auch heute einen ziemlich gewaltigen Rechtsruck in der Gesellschaft, und auch ihr müsstet euch damals irgendwie in den Konservatismus zu Wehr setzen. Was gibt es da für Tipps, also wie können wir das machen, das ist eine schwere Frage, aber vielleicht gibt es da ein, zwei Punkte, wie wir als Studis, wie wir eigentlich eine riesige Masse sind, die wir da ein ein bisschen besser aufstellen können. Kannst du das nochmal wiederholen? Ich habe das eben was aufgeschrieben, noch. Ähm, 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 äh, habe ich gefragt? Krieg, danke. Im Prinzip geht's, ähm, wir haben ja aktuell auch ein ziemlich gewaltigen Rechtsruck in unserer Gesellschaft, und ihr auch, musstet euch damals gegen Rechte und Konservative viel zu Wehr setzen. Im Prinzip, ähm, was können wir von euch noch so ein bisschen lernen, gerade was die Mobilisierung angeht? Wir haben ja heute eigentlich eine viel größere Masse an Studierenden, die wir potenziell mobilisieren könnten, das noch nicht so hundertprozentig schaffen, denn so eine Bewegung wie 68, davon sind wir aktuell weit entfernt. Genau, was können wir da vielleicht vielleicht noch lernen? Ähm. Ja, meine Frage wäre so ein bisschen, ähm, die ginge in die folgende Richtung, du hast ja schon ein bisschen so ein bisschen darüber gesprochen, äh, dass du in Göttingen oder in Frankfurt beim SDS warst, das habe ich jetzt. Göttingen und dann später Frankfurt, ja. Und dann später Frankfurt. Ähm, die Geschichtsschreibung vom SDS zumindest, soweit man die mitkriegt, ist ja häufig eine Geschichtsschreibung des Berliner SDS, ähm, und da wollte ich hier mal fragen, wie, äh, deine Wahrnehmung, gerade dann halt auch, äh, wenn du in SDS-Gruppen mit anderen Städten, ähm, aktiv warst, oder unterwegs warst, ähm, ähm, weshalb, äh, Zeit so sagen würdest, oder wo du den Unterschied zwischen diesen Städten und Berlin so von der, äh, Erfahrung ziehen würdest. Also, ich meine, da gab's dann ja auch SDS-Gruppen, die irgendwie aktiv waren, die etwas gemacht haben, aber, ähm, und die sicherlich auch wichtig waren, um den Protest überall in Deutschland hin zu verbreiten. Aber geschaut wird ja in der Geschichtsschreibung hauptsächlich auf Berlin. Ja, genau. Also, du hast im Grunde 68 ja vor allem in der politischen Beschreibung beschrieben, ähm, gleichzeitig war 68 sicherlich auch, man könnte es als kulturelle Bedingung bezeichnen, was ja auch vielleicht dann zu Lasten der politischen Inhalte äh, äh, schon mal in der wirklichen Bewusstsein hängen bleibt, das ist alles irgendwie, äh, lange haben die Ängste gewesen, oder? Ähm, 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 äh, ich weiß nicht, vielleicht hat's die Lust, ein bisschen, ein paar Worte noch darüber zu probieren, ob es da Wechselwirkungen gab, zwischen dieser Welt mal eher der kulturellen Bewegung 68 und der wirklich, äh, aktiv politischen Bewegung 68. Mhm. Ja, Patrick. Äh, das ist jetzt eher eine persönliche Frage, aber also, wie konnte es passieren, dass du mehr jungen nonaktiv warst? Bitte nochmal. Also, wie es passieren wollte, dass du früher jungen nonaktiv warst? Das ist letztlich am einfachsten beantworten. Ich kam aus einem konservativen Elternhaus und, äh, bin in eine konservative Schule gegangen mit konservativen Lehrern und der konservative Lehrer hat mich dazu bewegt, zu einer Wahlveranstaltung nach Frankfurt in die Messehalde, äh, im Bundeswahlkampf mitzufahren und hat uns für die jungen Union gewonnen. Und ich war, äh, der Überzeugung, ich hab Zeitung gelesen, ich hab jetzt vor kurzem ein Heft von mir gefunden, von 1965, von der, äh, von 55, äh, war ich, äh, zwölf Jahre oder elf Jahre, äh, 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 alt, wo ich, äh, äh, geschrieben hab, ich interessiere mich für Politik, ich lese die Zeitung. Also, die hessische Nachrichten oder weiß ich, wie die hessische Allgemeine, ich hab immer schon als Kind die Zeitung irgendwie gelesen, weil es mir wichtig irgendwie erschien, warum, kann ich euch nicht erklären. Vielleicht hat es auch was mit der Nachkriegszeit zu tun und dem Erleben, ähm, der, äh, es war ja auch immer im Hintergrund, ich hab noch die kaputten Städte in Erinnerung, also die Nachkriegszeit ist mir sehr lebendig in Erinnerung und, äh, unser elendes Leben in einem, in einer Einzimmerwohnung als Flüchtlinge auf dem Dorf, ähm, ich hab null Spielzeug gehabt, ich glaub mein erstes Spielzeugauto hab ich mit acht oder neun Jahren geschenkt bekommen. Vorher haben wir immer gespielt mit dem, was wir sonst so gefunden haben, ja, so, was mir heute zugutekommt, wenn ich mit meinen Enkeln spiele, was ihnen zugutekommt. Fantasie zuentwickelt. Aber gut, das, äh, ist vielleicht nicht so wichtig. Äh, ich, soll ich, ja, ja, ich lass mal sagen. Keine Frage mehr, dann machen wir erst mal. Ja, ich würde mal sagen, und... Vielleicht, Volker, die Ergänzung, der Kral, unser, wo die Dutschke in Frankfurt, der Hans-Jung Kral, ging auch über die Jungen um Jungen. Also, der hatte auch diese Phase. Es gab eine ganze Reihe Leute, die da... Die ganze Leute, also es war gar nicht so ungewöhnlich, dass da, wenn da ein Lehrer Zugriff macht und zu dir sagt, die der Fenner war es, ne? Kommt man mal mit nach Frankfurt, da sieht man einen Adenauer oder irgendwann, noch viertel heißt man mit, wenn man so eine Zeitung liest. Das ist so eine Naivität. Muss der uns mal vorgeben. Also, das ist unverstellbar. Ja, größte Fehler, soll ich mal damit anfangen? Größte Fehler war, dass es im SDS, ähm, sag ich mal, keine Gruppe gab damals, die eine lebendige, adäquate Interpretation des Marxismus vertrat. Sodass im Nachhinein wenig aus der 68er Revolte übrig geblieben sind. Die Traditionalisten gingen fast alle zur DKP. Die wurde neu gegründet 1969. Der SDS hat sich 1970 aufgelöst. Der SDS war 68, 69 an der Schwelle, dass er argumentiert hat, wir kriegen unsere Forderungen auch auf eine Hochschulreform, auch auf unsere zentralen Forderungen, nicht durch ohne das Proletariat. Nur mit dem Proletariat können wir unsere Forderungen durchsetzen. Das fängt mit antiimperialistischen Bewegungen an und hört mit einer radikalen Reform der Hochschule auf. Also das war im 68, 69, nachdem man ein paar Mal in harten Konfrontationen mit dem Staatsapparat in Kürzern gezogen hatte und ein ums andere Mal politisch auch dann die Grenzen einer Hochschulrevolte erlebt, durchgelebt hat. Im Mai 68, noch kurz bevor der Generalstreik in Frankreich dann die Lösung anbot, hat der Berliner SDS, die alle Marcuse-Anhänger waren, die zum 1. Mai zu Klassenkampfdemonstrationen aufgerufen. Also es lag in der Luft, sage ich mal, nach den Schüssen auf Dutschke und der Fastermordung von Dutschke und den Blockaden der Springerhäuser, wo dann etwa 50.000 Jugendliche, Studenten und nicht mehr nur Studenten, sondern auch viele Jugendliche, die Auslieferung der Bild-Zeitung zwei bis drei Tage, je nachdem, blockierten mit unglaublich brutalen Auseinandersetzungen oder Polizeieinsätzen, wo es viele Verletzte gab und wo viele Leute festgenommen worden sind, dann auch, dann irgendwie ist diese Art von Studenten-Avantgardismus an seine Grenze gekommen. Der Dutschke schrieb, kurz bevor er angeschossen wurde, ab sofort machen wir nur noch Gesellschaftspolitik, wir machen keine Hochschulpolitik mehr. Das ist das Ende der Hochschulpolitik. In dieser radikalen Form war das sicher falsch, aber das entsprach dem Feeling des SDS am Höhepunkt der Revolte. Und leider würde ich mal sagen im Nachhinein, es ist wenig übrig geblieben. Ich sage mal, eine der wenigen Relikte, sage ich mal mit Stolz, ist Marx 21. Marx 21 ist aus dem SDS Frankfurt entstanden. Ohne den SDS Frankfurt sähe ich heute nicht hier. Und das heißt, eine Interpretation des Nachkriegskapitalismus, der an der Krisentheorie festhielt von Marx und gleichzeitig den Aufschwung des Kapitalismus zur Kenntnis nahm, war wichtig. Wobei im SDS gab es zwei falsche Interpretationen 1965 dazu. Die einen haben gesagt, die marxische Krisentheorie gilt nicht mehr. Der Kapitalismus hat es gelernt, mit seinen ökonomischen Widersprüchen umzugehen. Keynes als wichtigstes Stichwort. Es gab einen Kongress vom SDS im Jahr 1965. Da gibt es ein Buch drüber, das habe ich jetzt neulich in der Hand gehabt. Die Masse der Redner spricht in diese Richtung. Ja, dass der Kapitalismus es geschafft hat, seine ökonomischen Widersprüche im Griff zu kriegen. Und ich sage, nach 2008 und heute würde es keiner mehr sagen, glaube ich, sich trauen zu sagen. Und auf der anderen Seite gab es diejenigen, die gesagt haben, nee, die marxische Krisentheorie gilt noch, aber es gibt gar keinen Aufschwung des Kapitalismus. Das war natürlich völlig beknackt. Das war eine kleine Minderheit, die das so argumentiert hat, die die marxische Krisentheorie gerettet haben. Und es gab aber Theorien von der permanenten Rüstungswirtschaft aus England und USA, die das Rätsel gelöst haben, indem sie gesagt haben, es gab, der Kalte Krieg selber ist die Lösung. Nämlich, dass ein riesiger Rüstungsboom nach dem Zweiten Weltkrieg die Krisen rausgeschoben hat, über lange Zeit rausgeschoben hat. Und ich kann jetzt diese Theorie nicht gar darstellen, aber ich nenne das mal die Theorie der permanenten Kriegswirtschaft, die diese Frage in einer marxistischen Weise beantwortet hat, des Nachkriegsaufschwangs. Und das zweite wichtige Thema war der Stalinismus. Ich habe vorhin gesagt, dass der Antikommunismus in Deutschland die größte Wirkung hatte. Und ich habe so erlebt, dass jeder dritte Arbeiter seine persönlichen Erfahrungen oder ihre persönlichen Erfahrungen mit dem sogenannten Kommunismus während und nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hatte. Entweder als Flüchtlinge oder als DDR-Flüchtlinge oder als russische Kriegsgefangene. Ja, es sind ja zwei Millionen russische Kriegsgefangene zurückgekommen, die in Sibirien zehn Jahre gearbeitet haben. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es auch deutsche Kriegsgefangene in Russland. Die sind alle als Kommunisten zurückgekommen, die meisten von denen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Spätheimkehrer, die da kamen, die waren für immer vom Kommunismus geheilt, weil sie in Sibirien unter elenden Bedingungen zugrunde gegangen sind. Und solche Erfahrungen kann man den Leuten nicht ausreden. Und also, ich sage mal, mit Stalin und Russland war ein Terrorregime in der Erfahrung der Arbeiterklasse verbunden. Und eine Linke, die darauf keine adäquate Antwort hat, die kann nicht wirklich die Probleme lösen. Ich denke, die Entwicklung hat das gezeigt. Der sogenannte Kommunismus ist 89, 92, hat sich sozusagen erledigt von selber, an seinen eigenen Widersprüchen. Nicht, weil er von außen irgendwie erobert worden wäre oder zunichte gemacht worden wäre, sondern an seinen eigenen Widersprüchen ist er zugrunde gegangen, ohne dass die Arbeiterklasse irgendwo auf die Straße gegangen wäre. Ich kann mich erinnern an ein Spiegel-Interview mit 20 Werftarbeitern in Rostock 1989. Das habe ich mir ausgeschnitten. Da fragt der Spiegel, aber hier wird doch das Volkseigentum privatisiert. Wollen Sie nicht Ihr Volkseigentum verteidigen? Da sagen Sie einhellig. Das gehört uns sowieso nicht. Das ist nicht unser Volk. Das ist nicht das Volkseigentum. Das gehört der Bürokratie und dieser Clique, die da die Macht an sich gerissen hat, hat aber mit Volkseigentum gar nichts zu tun. Sagen die klipp und klar. Und ich sage mal, das war eine Traktur. Also Dutschke selber war ein Antistalinist. Der kam aus der DDR, ist zwei Tage vor dem Mauerbau nach Westberlin gegangen und hat dann dort studiert. Und er hat, auch der SDS 68 war antistalinistisch. Ich habe hier ein Flugblatt, kann ich dann gerne mal verteilen. Das habe ich zusammen mit dem Frankfurter Dutschke Kral geschrieben im August 1968 zum Einmarsch der Russen in der JSSR, als der Prager Frühling im August 1968 niedergeschlagen wurde mit russischen Panzern, hat der Frankfurter SDS dieses Flugblatt rausgegeben, wo wir zum Widerstand aufgerufen haben, wo wir eine Demonstration mit 4.000 Studenten zur russischen Militärmission in Frankfurt geführt haben, wo wir uns an die Spitze, eine anti-stalinistische Studierendenbewegung gestellt haben. Das Problem war, dass dann mit der proletarischen Wende, ja kannst du gerne rumgehen, ja geben, mit der proletarischen Wende der eine Flügel zur DKP ging und da die Lösung gesucht hatte, der andere Flügel, der antirathoritären Flügel, zu 80 Prozent in maoistische Organisationen übergegangen. Die sogenannten K-Gruppen, die sind 1969 entstanden aus der anti-autoritären Bewegung. Und in anderen Ländern war das nicht so. Nirgendwo war der Einfluss von maoistischen Organisationen so stark wie in Westdeutschland. Und es hängt damit zusammen, dass es in der Revolte keinen organisierten Kern von Marxisten gab, der eine Antwort auf diese Fragen, die ich eben gestellt habe, gegeben hat, sodass der Maoismus die Form war, in der die Proletarisierung der Studenten-Avantgarde dann stattgegeben hat. Es war die Rückkehr zum Stalinismus durch die Hintertür. Mao war ja nicht viel besser als Stalin und das Regime, was unter Mao sich errichtet hat, ist nicht menschlicher als das von Stalin gewesen. Die Zahl der Toten sind eben vielleicht noch größer gewesen, der Opfer in der Bevölkerung. Also das, denke ich mir, ist der größte Fehler, dass es nur einen kleinen Kader gab, der die 68er Revolte überlebt hat. Und in Frankreich gab es eine Gruppierung, eine trotzkistische Gruppierung namens League Communist Revolutionaire. Die haben ein paar tausend Studenten um sich gesammelt, aus der die NPA entstanden ist. Das ist eine revolutionäre Gruppierung, die es gibt immer noch, die einen relevanten Einfluss immer noch hat. Also da ist was übrig geblieben, sage ich mal, von einer revolutionären Tradition von 68. In England gibt es die Social Workers Party aus 2.000, 3.000 Mitgliedern, die in der Lage sind, Massenbewegungen gegen Rassismus aufzubauen und Ähnliches. Also da denke ich mir, ist viel mehr übrig geblieben und das ist der größte Fehler, glaube ich. Und da bin ich in Sorge, dass bei der nächsten Revolte mehr übrig bleiben muss, weil Bewegungen kommen und gehen. Die Frage ist, was an politischer Organisierung für den Sturz des Kapitalismus übrig bleibt. Ja, das war das eine. Gewaltfrage, personelle Gewalt und ich sage mal so, die Frage der Gewalt wurde erstmal als eine taktische eingeschätzt und das finde ich sehr wichtig. Also ich glaube, die Blockade der Springerhäuser im, und da kann man keine, da würde ich auch keine fixe Antwort geben wollen. Die Blockade der Springerhäuser, ich habe zum ersten Mal 68 bei der Blockade von der Bild-Zeitung nach den Schüssen auf Dutschke, sind in Frankfurt vielleicht, ich sag mal, 7.000, 8.000 Leute gewesen, die die Springerdruckerei blockiert haben und die Auslieferung der Bild-Zeitung als Protest gegen den Mordaufruf von Springer blockiert haben. Die Polizeieinsätze waren derartig brutal. Die hätten uns vertrieben, wenn wir keine Gegenwehr gemacht hätten, wenn wir uns nicht zur Wehr gewährten, wenn wir nicht die Bauwagen vor die Eingänge geschoben hätten, wenn wir nicht Barrikaden gebaut hätten, wenn wir uns einfach gewaltlos hätten vertreiben lassen, dann wäre da wenig übrig geblieben. So wurde es so ein richtiges, also ich würde mal die, die Gegengewalt gegen Sachen und gegen die Polizeieinsätze in dieser Osterblockade würde ich ohne Abstriche auch heute verteidigen. Ich habe zum ersten Mal, ich glaube auch zum letzten Mal, Steine geworfen während dieser Demonstration, allein weil ich auch so geschockt war von der Brutalität der berittenen Polizei mit über eineinhalb langen Holzknöppeln, die in die Demonstranten reingeprügelt haben. Und wir haben es dadurch, dass wir uns nicht haben vertreiben lassen, indem wir eben provisorische Barrikaden dort gebaut haben, es geschafft, uns erstmal zu behaupten. In Paris hat ja das Gleiche stattgefunden und es sind auch in Deutschland viele Jungarbeiter dazugestoßen in diesen Tagen zu dieser Bewegung. Also die Lehrlingsrevolte von 1969 ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern hat ihre Vorläufer in solchen Aktionen gehabt, wo junge Arbeiter sich beteiligt haben auf der Straße. In Paris im Mai 68 ist aber was anderes passiert. Dort haben die Studenten die Sorbonne besetzt und dann die umliegenden Straßen blockiert. Und dann ist die Spezialpolizei, CAS nannte die sich, die hat de Gaulle, der war der Präsident Frankreichs 1962 aufgebaut mit dem Ziel, Streiks zu zerschlagen. Das war eine brutale Bürgerkriegspolizei, die in Hunderten von Streiks auch in den 60er Jahren in Frankreich eingesetzt worden ist. Was ich vorhin erzählt habe über den Aufschwung des sozialen Wohlstands der Arbeiterklasse in Westdeutschland in den 60er Jahren hat in Frankreich überhaupt nicht stattgefunden, sondern es gab eine Phase der Austeritätspolitik unter de Gaulle und eher Einschnitt in den Lebensstandard in den 60er Jahren unter einem ziemlich autoritären Regime von de Gaulle. Der war ein, kennt ihr, ne? De Gaulle. Und mit dem Ergebnis, dass die Arbeiter, die Jungarbeiter aus den Betrieben nachts sich dann den Barrikaden der Studenten angeschlossen haben, von Nacht zu Nacht mehr Jungarbeiter aus den Betrieben in den Vorstädten kamen und sich zu Tausenden den Studenten angeschlossen haben. Und die gingen natürlich zurück in die Betriebe, die Jungarbeiter, und diskutierten mit den älteren Kollegen und haben dann Erfahrung stolz berichtet, dass man sich gegen diese Schweine, CAS behauptet hat, die Studenten erfolgreich, also sich gegen die gestellt hatte. Und das Ergebnis war, dass die Gewerkschaften, die gar nicht so fortschrittlich zunächst waren, unter so einem großen Druck kamen, dass sie zu einer Massendemonstration aufriefen und einen eintägigen Streik. Da kamen eine Million Arbeiter. Aus dem entstand dann ein Generalstreik von sechs Wochen mit 14 Millionen beteiligt. Das war der größte Generalstreik der Geschichte der französischen Arbeiterbewegung vorher und nachher. Ausgelöst durch die Zündfunken der Studenten. Also die Studentenproteste haben diesen Revolte ausgelöst. In Italien ähnlich. Also ich habe ja vorhin gesagt, es gab ja eine internationale Revolte und überall haben die Studenten einen Zündfunken gespielt. Aber wie gesagt, das Fass, was da war an Sprengstoff, war unterschiedlich groß. Also es gibt auch Situationen, wo man Funken schlagen kann und es passiert gar nichts. Also es ist wahrscheinlich eher so. Also da zum Militanz würde ich halt sagen, es gab eine Verselbstständigung der Militanz dann und da würde ich Dutschke mal ausnehmen. Ja, weil ich, auch wenn Dutschke mit der Stadtguerillian eine Zeit lang gespielt hat, also es gab einen Vortrag von ihm, auf dem sich Theoretiker oder Historiker heute, Kraushaar beispielsweise, bekannter von uns, der diese drei Bände über die Bewegung von 68 geschrieben hat, der den Dutschke verdächtigt, der eigentliche Zielvater der RAF gewesen zu sein. Und da würde ich sagen, es gibt ein theoretisches Moment beim Dutschke, wo er damit spielt, eine Stadtguerillia auch aufzubauen. Aber er hat es nie gemacht, weil er ein super Realist war, auf der anderen Seite, weil er immer sich umgedreht hat, ob noch jemand hinter ihm ist. Die RAF, die sich auch am Rande der Studentenbewegung organisiert hat, aber nicht aus dem SDS, sondern aus Leuten, die am Rand vom SDS standen. Meinhof war, glaube ich, war die mal im SDS? Ich glaube, ja, Ende der 15er Jahre, Anfang der 16er Jahre. Aber Bader war nicht Mitglied. Ensslin war, glaube ich, Mitglied im SDS. Also es waren Einzelne aus dem SDS, aber die meisten der RAF kamen aus dem Umfeld vom SDS, die dann diese Parole, es ist die Pflicht eines Revolutionäres, die Revolution zu machen, wörtlich genommen haben und angefangen haben, den Bürgerkrieg sozusagen als Privatkrieg auszurufen mit den Ergebnissen, also mit den kontrarevolutionären Ergebnissen, die Dutschke auch als kontrarevolutionär bezeichnet hat. Er hat immer gesagt, das Erschießen von Managern löst überhaupt kein Problem. Die sind ersetzbare Charaktermasken, es dienen nur den herrschenden solchen Taten. Also er hat da nie ein praktisches Zugeständnis gemacht. Also wenn ihr das Buch von der Grete lest, die beschreibt es auch, dass Leute zu ihm kamen und ihm Sprengstoff angedient haben oder irgendwelche Waffenlager. Er hat das eigentlich abgelehnt, daraus was zu machen. Also er ist nirgendwo beteiligt gewesen an bewaffneten Aktionen. Und der Berliner SDS in der großen Mehrheit hat die RAF auch bekämpft, was die Kulturrevolution angeht. Es gab ja im und um den SDS auf jeden Fall auch die Vertreter eines neuen Lebensstils, sage ich mal. Stellvertretend dafür steht die Kommune 1 mit Langhans und Obermeier und Fritz Teufel, Kunzelmann. Das waren zum Teil Leute, die der Dutschke von 1964, mit denen er zusammengearbeitet hatte. Und es gab ein Treffen von 67 Leuten aus dem SDS, die sich 1966 trafen und über die Bildung von Kommunen, Lebensgemeinschaften diskutierten. Und der Dutschke wurde, weil er geheiratet hat, dann ausgeschlossen, wegen reaktionären Machenschaften. Das sage ich mal. Ja, der war mit Gretel dann verheiratet und hat auch Kinder mit ihr gekriegt, drei Kinder mit ihr gekriegt. Der Kunzelmann hat drei Frauen auf ihn eingesetzt. Also die sollten ihn verführen, um die Beziehung zwischen der Gretel und ihm kaputt zu machen. Jetzt ist er jetzt nicht gelungen. Ja, ja. Es ist ihm nicht gelungen. Das finde ich aber. Gut, ich sage mal, der Anspruch der Kommune 1, der ja einen riesen Hype ausgelöst hat. Die haben Eintritt genommen. Die Kommune 1 hat Eintritt genommen. Erst zahlen, dann reden. Also den Schiedsschild an der Wohnungstür von ihrer Kommune. Das heißt, die Journalisten sind dahin, um zu gucken, wie freie Liebe aussieht, wie die Menschen dann da leben. Also die Schlagzeilen waren voll davon. Und es gab ja auch so etwas wie eine sexuelle Revolution, muss man dazu sagen. Es gab Oswald Kolle, einen Filmemacher, der also sexuelle Aufklärungsfilme, die Massenauflagen hatten, also massenweise Zuschauer anzog, die in Kinos dann liefen. Ich sage mal, das war auch nicht unwichtig. Ich würde es auch jederzeit verteidigen als einen wichtigen Aspekt, weil wenn ich meine eigene sexuelle Erziehung mir ansaue, meine Mutter hat sich mit 85 Jahren bei mir entschuldigt für ihre sexuelle Erziehung, die sie mir angedient hat, habe ich meinen Kindern nicht beigebracht. Aber meine Kinder sind trotzdem nicht revolutionär geworden. Also ich sage mal so, es gibt keinen automatischen Zusammenhang zwischen Lebensstil oder anti-autoritärer Erziehung und politischen Ansichten. Davor würde ich warnen. Auf der anderen Seite bin ich gegen jede Form von überflüssiger Autorität, auch in der Erziehung. Und die Linke hat natürlich, also die 68er-Bewegung hat einen wesentlichen Einflug auf Erziehungsstile gehabt und gegen überflüssige autoritäts, autoritäre Erziehung. Ist auch ein Verdienst der 68er-Bewegung, aber ist auch integrierbar vom Kapitalismus. Der Herbert Marcuse hat schon damals davor gewarnt, dass diese permissive Haltung in sexuellen Fragen, dass das durch den Markt durchaus integrierbar sei. Und ich denke, wenn man sich... Vornehm repressive Entfirmierung, das ist der Vornehm ausdrückt. Ja. Repressive Entfirmierung. Ja. Jedenfalls, ich sage, es ist marktfähig, Sexualität. Und konkret, die Zeitung, die Meinhof mit rausgegeben hat, wo sie ja Redakteurin war, bevor sie zur RAF gegangen war, hat 66 angefangen, Pin-Up Girls zu veröffentlichen. Also in ihrer... Also in ihrer... Also in ihrer... Also in ihrer Linke Zeitung hat also im Grunde genommen so ein Soft-Pornos veröffentlicht. Warum? Weil die DDR nicht mehr gezahlt hat. Das habe ich auch erst durch Sie, habe auch durch Gretel Dutsch erfahren. Die DDR hat die konkret... War eigentlich eine Gründung des Stasi gewesen. Mit DDR-Geldern wurde hier eine linke Zeitung, die Einfluss auf die Linke nehmen sollte. Bis 66 hat das gehalten. Dann hat die Zeitung immer mehr auch antistalinistische Artikel geschrieben. Dann sind die Gelder nicht mehr. Das waren 40.000 Mark oder sowas, die die jährlich gekriegt haben. Nicht mehr gezahlt. Und dann haben sie angefangen, die Auflage zu steigern, indem sie Pin-Ups veröffentlicht haben. Also auch nicht die Lösung, sage ich mal. Ja. Aber das ist... Gut. Es geht um Lebensstilpolitik und Klassenkampf eigentlich. Und ich warne eigentlich davor, Lebensstilpolitik unmittelbar als Klassenkampf auszugeben. Dann hatten wir... Was war noch? Ach, der Rechtschirurg. Ja. Also ich finde, ich glaube... Kannst du diesmal gerade zurückstellen? Ich wollte dich noch was fragen. Die Gewaltfrage jetzt, die Springer-Bullkott-Spielzeitung. Ich war ja wie du auch in Frankfurt dabei und habe vor kurzem den Kraushaar... Der ist der, der es sehr hoher hat, die 68 zu interpretieren. Der wird von Kraushaar den wir kennen. Der ist in Frankfurt gewesen. Das ist mal jetzt unwichtig. Aber jeweils in Frankfurt, als die Bild-Zeitung in Osterum gewohnt hat, die Bild-Zeitung haben wir alle angegriffen, enteignete Springer. Ich bin nicht so ein Typ, der so mutig ist wie der Volk hat. Und ich habe dann... Ich war mit dem Hans-Peter auch ziemlich weit da vorne gegangen. Da waren dann die Auslieferungswagen hingeschoben und so. Wir haben uns sehr bald verkrümelt, weil es ein bisschen heiß wurde. Ich habe jetzt bei Kraushaar gelesen, dass die Berliner Aktionen gegen Springer völlig anders gelaufen sind. Also da wurden Wagen angezündet, jede Menge Lieferwagen. Und er beschreibt ganz... Ich habe gestern gelesen, diesen Absatz... Er war als Militanter gewesen. ...dass der Urwacht, dieser Agent-Provokateur, der die Brandsätze... ...Molethoff-Cocktails geliefert hat. Der hat die angeliefert und auch die jungen Arbeiter, die da dabei waren, haben richtig Spaß gehabt. Sind umgestützt, der hat denen gesagt, wir müssen die rumstürzen, die Autos, dann ein bisschen Benzin drauf und dann brennen die Laden. Und er hat in Berlin, ich weiß nicht wie viel Frankfurt, ich habe mich halt vergründet, ich hatte Schiss. Aber in Berlin, schreibt der Kraushaar, hätte massenweise diese Lieferwagen der Bezeichnung auch gebrannt und die werden richtig durch systematische Brandsätze in Brand gesetzt worden. Das ist natürlich mal ein Unterschied in der Beschreibung auch für vielleicht unterschiedliche Situationen. War es in Frankfurt auch so dramatisch? Du warst ja viel länger dabei, viel mutiger als ich. Ich wollte eigentlich zu einer anderen Frage kommen. Ja, aber ich habe da schon geantwortet drauf. Ich will nicht nochmal zurückkommen dazu. Also, es gab ja noch die Frage auf das Verhältnis von Berliner SDS und Rest-SDS. Der Berliner SDS war der Pacemaker, also der war der Trendsetter und ideologisch und politisch hat er eine enorme Ausstrahlungskraft gehabt. Einfach, weil er eine Massenbewegung erzeugt hat unter den Studenten zunächst und dann auch mehr unter jungen Arbeitern. Und die Rezepte, in Anführungsstrichen, also die Taktik, die Demonstrationstaktiken, die bewusste Regelverletzungen und die bestimmte Form der Aufklärung durch Aktion, sage ich mal, sich als erfolgreich erwiesen hat. Und dadurch eine Massenbewegung an den Universitäten möglich wurde. Aber zur Rechtsentwicklung, es gab ja auch damals einen Aufschwung der NPD. 1964-1965 ist die NPD entstanden. Und aus einer konservativen Strömung, Deutsche Partei und einer Nazi-Partei, Deutsche Reichspartei, die erfolglos war, ist die NPD entstanden. Und die gewann in Landtagswahlen um die 7-8 Prozent, 67-68. Sodass es aussah, als würden sie 69 ganz sicher in den Bundestag reinkommen. Und dann kam die Studentenrevolte von 68. Und das Ergebnis war, dass durch die Mobilisierung an den Universitäten die NPD nirgends mehr mehr Wahlauftritte haben konnte. Es gab eine Kampagne, ein Adolf war genug, hieß die, der Führer der NPD hieß Adolf von Tatten. Und die Kampagne war äußerst erfolgreich. Der SDS war gar nicht so wichtig, sage ich mal. Dabei, es waren die Ausläufer des SDS in Stadt, Land und Dörfern, die sich spontan dann gegen diese Springer, gegen die NPD gestellt haben. Mit dem Ergebnis, dass die unter 5 Prozent, mit 4,6 Prozent bei dem Bundeskasswahlen 69, eine schweren, unvorgesehene Niederlage einstecken mussten. Obwohl es so aussah, als würden sie eine Mehrheit kriegen. Also, ich sage mal, das Erfolgsrezept war die antikapitalistische Revolte, die dazu geführt hat, dass nebenbei dann der Faschismus erledigt worden ist, als Nebenprodukt. Das ist ein wichtiges Wort eigentlich, ein wichtiger Hinweis eigentlich, auch für den Kampf gegen die AfD, denke ich mir. Also, ich glaube, die Linke, auch der SDS, haben eine wichtige Verantwortung, soziale Kämpfe, Klassenkämpfe, studentische Kämpfe zu entwickeln. Die Menschen, die durch die Krise betroffen sind, suchen nach einer Antwort. Der historische Faschismus ist entstanden aus der Weltwirtschaftskrise und der heutige Faschismus ist aus der Krise von 2008 entstanden. Die AfD, meine ich jetzt, der neue Faschismus. Ich sage mal, die AfD ist halbfaschistisch, es gibt einen faschistischen Flügel und einen rechtspopulistischen Flügel, aber der faschistische Flügel gewinnt zunehmend an Einfluss, der Höcke-Flügel. Und der ist ein Ergebnis der Krise von 2008. Ohne die Krise von 2008 gäbe es die AfD nicht. Und ohne die Weltwirtschaftskrise hätten die Nazis nicht die Macht errungen. Das Problem ist, Krisen- und Verarmungsprozesse und Statusunsicherheit führen zur Ausfüllung der bürgerlichen Mitte, zu einer Polarisierung der bürgerlichen Gesellschaft. Wir haben eine Krise der CDU, wir haben eine Krise der SPD, überall in Europa. Es gibt außer England, wo die Labour Party den Aufschwung unter dem linken Führer hat. Und Portugal übrigens auch. Ja, ich glaube, das ist es fast. Nein, es gibt auch noch andere Ausnahmen, da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Es gibt nicht nur eine Rechtspolarisierung, es gibt auch mehrere neue Linksparteien, die entstanden sind. Podemos in Spanien beispielsweise. Also es gibt auch eine Linksentwicklung, aber überall gibt es eine Polarisierung der Gesellschaften unter deren Krisenerfahrungen, die permanent geworden sind. Und umso wichtiger ist es, dass es eine Kraft gibt, die eine Lösung anbietet. Und zwar nicht nur im Wahlkampfprogramm verspricht, sondern als eine real erfahrbare Bewegung, als Mieterbewegung oder als Streikbewegung oder als andere soziale Bewegungen, den Menschen Mut macht, dass durch Eigenaktivität man gegen die drohenden sozialen Absturz was tun kann. Hartz IV ist natürlich auch nach wie vor, Prekarisierung ist ein wichtiger Bereich und es gibt ja auch Gegenwehr. Nur das Problem ist, dass der Rassismus einen Aufschwung hat, weil viele nicht das Vertrauen haben bis jetzt, dass die Linke wirklich was ändern kann. Und umso wichtiger ist, dass die Linke zu einer Klassenkampfpartei wird. Ich glaube, dass die Linke nach wie vor das Potenzial hat, dazu zu werden. Die Linke ist eine offene Partei, in der es verschiedene Strömungen gibt, was es selten gab. Also ich glaube, so eine Partei wie die Linke, die die Möglichkeit hat, auch für Sozialisten, auch für revolutionäre Sozialisten aktiv zu sein, gibt es relativ selten. Meistens werden die dann ausgeschlossen und umso wichtiger, umso größer ist die Chance, denke ich mir, Flügel in der Linken aufzubauen, der aus der Linken eine wirkliche Kampfpartei macht, der einen spürbaren Unterschied macht. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe 1977 ein Heim besetzt in Frankfurt, ein katholisches Jugendwohnheim. Da habe ich mit den Heimjugendlichen, es war 20 Heimjugendlichen, etwa ein halbes Jahr gelebt. Wir haben nach der Besetzung einen Erfolg gehabt. Die haben ein neues Haus gekriegt und haben das Haus in Selbstverwaltung dann weitergeführt. Ich wurde als Sozialarbeiter, als der Organisator dieser Besetzung, wurde ich als Sozialarbeiter eingestellt dann. Und einer von diesen Jugendlichen, der ist heute im Rentenalter, der meldet sich ab und zu bei mir auf meiner Facebook-Seite und sagt, er ist jetzt AfD-Wähler. Der gleiche Jugendliche hat 1980 bis 1983 an zahlreichen Demonstrationen gegen die NPD und gegen Faschismus mit mir auf der Straße gestanden. Er kriegt eine Rente von 800 Euro und beklagt sich, dass die Flüchtlinge alles kriegen. Ihr kennt die Sprüche. Die Flüchtlinge kriegen alles und ich kriege nichts. Das ist seine Philosophie. Und ich habe ihm vorgerechnet, dass in der Bundesrepublik drei Millionen leere Wohnungen gibt und dass es genug Wohnraum für alle gibt, dass es eine Frage der Verteilung ist. Und dass Flüchtlinge und Hartz-IV-Empfänger und Leute mit schlechten Wohnungen nicht leiden müssten, wenn die ihr Wohnraum gerecht verteilt würde. Es gibt wirklich zwei bis drei Millionen Leerstandswohnungen bei uns, die einfach leer stehen. Weil man es einmal im Jahr als Luxuswohnung irgendwo benutzt oder nur so leer stehen. Und da sagt er da drauf, ja, aber ihr habt nicht die Schlüssel dazu. Und das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. Das meine ich damit, dass die Linke zwar verspricht, in Wahlkämpfen und in sehr guten Wahlprogrammen was zu ändern, aber das Gefühl, dass man durch die Wahl was verändert, nicht unbedingt damit einhergeht. Und in Ostdeutschland noch mehr als in Westdeutschland. Weil in Westdeutschland, die Linke, eine stärkere Tradition hat an Beteiligungen und außerparlamentarischen Kämpfen und spürbarer ist deshalb auch für junge Leute außerhalb der Partei als eine aktive Partei. Ich weiß jetzt von Hessen, dass wir, auf keiner Demo fehlt, die Linke irgendwie. Und wir machen in Frankfurt eine Menge Aktivitäten, die nichts mit Wahlkampf zu tun haben. Also die Mieterbewegung in Frankfurt hat die Linke einen wichtigen Einfluss. Und das ist, ich glaube, das ist zentral. In Ostdeutschland erscheint die Linke als ein Teil des Establishments, weil sie überall die Bürgermeister stellen, aber überaltert sind und nicht aktiv auf der Straße sind. Und deshalb hat die Rechte ein offeneres Feld. Und ich finde das eine zentrale Aufgabe von uns, die Linke zu einer Kampfpartei zu machen, die als deren Nutzwert spürbar wird, auf der Straße, in den Betrieben. Und auf diese Weise, ja, der Rechtsentwicklung vorzubauen. Der zweite Weg, der zweite wichtige Punkt ist, eine Massenbewegung gegen die AfD und gegen Rassismus aufzubauen. Das eine erübrigt das andere nicht. Das ist ein großer Fehler. Ich nenne das die ökonomistische Haltung gegenüber dem Rassismus. Dass man glaubt, wenn man eine soziale Bewegung aufbaut, ich nenne Stichwort Wagenknecht, ja, also Sarah Wagenknecht ist die Hauptverfechterin dieser Linie, dass sie sagt, wir polarisieren über die soziale Frage und dann bieten wir den Menschen eine Perspektive und dann erübrigt sich der Kampf gegen Rassismus. Das ist grundfalsch, weil der Rassismus als eine Ideologie von der herrschenden Klasse, ich nenne nur Seehofer als Stichwort, der Islam gehört nicht zu Deutschland, ja, jeden Tag über die Bild-Zeitung, jeden Tag in die Köpfe reingehämmert wird und ein unabhängiges Leben auch führt, soziale Kämpfe führen nicht automatisch dazu, wenn man mit einem Ausländer zusammen oder einem Flüchtling zusammen als Streikposten irgendwo steht, das führt nicht automatisch dazu, dass man Antirassist wird. Das muss erkämpft werden in den sozialen Bewegungen, muss das als ein Argument überall präsent sein und deshalb finde ich eine Kombination von beiden sehr wichtig, also eine Massenbewegung gegen Rassismus aufzubauen. Ich bin dafür, ein Sommer des Antirassismus jetzt anzustreben. Ich sehe die Chancen auch. Ich war jetzt in Halle, ich war in verschiedenen Städten, ich war gestern in Münster und ich bin sehr ermutigt durch die Diskussion, die ich dort mitgekriege, über die zahlreichen Aktionen und Initiativen, die es gegen rechts gibt. In Halle gibt es keine Woche, wo nicht die Linke, also Linke, nicht die Linke als Partei, sondern die Linke insgesamt und viele Studierende, auch SDS, sich nicht gegen die identitäre Bewegung stellen und gegen die AfD stellen, die dort auch jeden Tag oder fast jede Woche irgendwo auftauchen. Also es gibt eine Menge von Aktivitäten im Ausmaß, die mehr Mut macht. Und wo ich sage, wir haben längst nicht den Kampf verloren, wir müssen uns organisieren, wir müssen den subjektiven Faktor sehen, die Geschichte ist nicht notwendig, so oder so programmiert, es hängt von uns und wie wir uns organisieren ab, ob sie so oder so entwickelt. Und das war alles Wichtige an Deutschland. Vielen Dank. Haben wir noch Zeit für die Tage? Oder vielleicht habt ihr auch noch was nicht beantwortet. Ich weiß nicht, war noch irgendwas, was ich nicht angewandt habe? Ich hätte sonst vielleicht noch eine Frage, die sich auch gerade auf etwas bezieht, was man aus den 68 Jahren sehr stark kennt. Und zwar das ist ja im Prinzip diese Parole, der Marsch durch die Institution. Und ob du vielleicht etwas zu dieser Parole sagen magst und wie du jetzt vielleicht auch rückblickend die Wirkmächtigkeit dieser Strategie einschätzen würdest. Also in welchem Maße sollten wir dieser Parole noch vertrauen? Also ich glaube, es gibt von Dutschke keinen längeren Aufsatz. Der Spruch kommt von Dutschke. Es wird ihm zugesprochen, dass er den Marsch durch die Institutionen gefordert hätte. Ich habe mal gegoogelt und mal gesucht, irgendwo auch in seinen Schriften. Ich habe es nirgendwo gefunden. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass er daraus eine Theorie gemacht hätte. Der hat aufgefordert, dass man in sämtlichen Institutionen den Kampf aufnehmen soll. Das hat er getan. Aber in dem Sinn, das zu interpretieren, dass man irgendwie ganz unten links startet und dann oben rechts wieder Joschka Fischer landet, hat er das bestimmt nicht gemeint. Ja, also den Marsch durch die Institutionen kann man ja auch so interpretieren, dass man 1968 auf die Straße geht, 1980 Landtagsabgeordneter in Hessen wird und 2001 dann, oder 2000 dann Außenminister. Also das wäre ja auch ein Marsch durch die Institutionen. Aber dann ändert man sich, aber nicht die Gesellschaft. Das ist die Tragödie da dran. Und das habe ich vorhin versucht zu sagen, dass ich meine große Enttäuschung über 1968 ist, dass so wenig an Erfahrung, an geronnene Erfahrung in Form von organisierter Politik davon übrig geblieben ist. Ja, dass die Masse der Leute über die Antiautoritären dann zu den Maoisten gegangen ist, die dann bei den Grünen gelandet sind, 1979, 1980. Die DKP hat sich 1989 aufgelöst. Die Masse der Jugendlichen, übrigens die größte Menge der Jugendlichen, sind weder zu der DKP noch zu den Maoisten gegangen, sondern bei der SPD gelandet. 300.000 junge Mitglieder, die SPD zwischen 1969 und 1972 in der Zeit der Aufschwungsperiode unter Willy Brandt aufgenommen. Die Jusos waren 1971 weiter links als der SDS 1961, als die ausgeschlossen worden sind, sage ich mal, wenn ich das vergleiche. Die SPD unter Willy Brandt war flexibel genug zu sehen, dass diese Jugendrevolte auf der einen Seite enorme Gefahr ist, weil wenn 100.000 die Parole rufen, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, da hat die SPD ein Problem. Und der Brandt und die Leute um Brandt haben das gesehen und haben dann eben mit der Großen Koalition gebrochen und eine linke Regierung etabliert in Zusammenarbeit mit der SPD. Aber eines der ersten Taten, die sie gemacht haben, war eine Generalamnestie für die 68er auszusprechen. Und das war eine wichtige Tat. Der K.D. Wolf, der Bundesvorsitzende von 68, ich habe den jetzt zweimal besucht, Dutschke-Anhänger, hat 36 Strafverfahren gehabt 1969 und der wäre dafür mehrere Jahre ins Gefängnis gegangen und für Landfriedensbruch, schweren Landfriedensbruch und weißt du was noch. Und ist dann mit einem Schlag alles los geworden und die haben dann eine Reihe von anderen Zugeständen, Ausbau der Hochschulen, sage ich mal, Reform des Paragraphs 218, wenn auch nicht in der Form, wie es die Bewegung verlangt hat. Es gab eine Reihe Reformen im Bildungssystem, Ausbau des Bildungssystems. Das war alles in den ersten fünf Jahren der Brandt-Regierung. Zugeständnisse und eine Periode von Zugeständnissen auch an die Bewegung, die der SPD geholfen haben, erst mal wieder auf die Beine zu kommen. Es ist uns deshalb so schwierig, das noch mal nachzumachen für die SPD, weil damals die Wachstumsraten jährlich 5% betragen haben und heute wir bei 2,3% liegen. Und das wird als Wunder gefeiert. Also wir haben den größten Aufschwung aller Zeiten, hat man den Eindruck, wenn man die Zeitung liest, dabei ist es der schlechteste Aufschwung der Nachkriegszeit, also was die Wachstumsraten angeht. Es ist eigentlich, die Stagnationskrise von 2008 ist eigentlich nicht überwunden, sondern durch eine riesige Verschuldung der Banken nur rausgeschoben. Und wir sind näher an einer neuen Krise als an einem wirklichen Aufschwung, also an der Überwindung der Krise. Ich sage mal, vielleicht noch ein Schlusswort, wenn es nichts mehr gibt. Also ich denke mir, wenn ich mir die Twitters von Trump jetzt angucke, im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg, wir haben ganz moderne Raketen, tolles Gerät, Russland macht euch bereit, wir kommen mit dem Zynismus, wie er das rüberbringt, sage ich mal, das ist eine neue Phase. der Konfrontation zwischen großen imperialistischen Mächten, wie es sie in der Kubakrise für eine kurze Zeit gab, die Gefahr eines Kriegs zwischen den Großmächten, die dann aber über die Kubakrise zu einem Arrangement der Großmächte geführt hat, mit dem Ergebnis, dass dann in der Zeit bis heute eigentlich Kriege es zwar gegeben hat, wo die Großmächte jede Menge beteiligt waren, also ich glaube, es gibt 100 Kriege, an denen die USA und Großbritannien und Frankreich und Russland beteiligt waren, hauptsächlich die westlichen imperialistischen Mächte, nach 1945, aber die waren nicht zwischen den Großmächten und wir haben im letzten ein Stadium erreicht, wo ich das Gefühl habe, dass der Konflikt zwischen den Großmächten sich zuspitzt, in der Weise, wo ich ja Angst und Bange habe, dass dadurch große Kriege möglich werden, wie sie in den vergangenen 50 Jahren verhindert werden konnten. Also ich denke, man sollte sich nicht nicht darauf vertrauen, es hat jetzt 50 Jahre kein Krieg in Europa geben, das muss so bleiben, das will ich damit sagen. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wir haben eine Klimakatastrophe, die wir damals nicht hatten. Wenn ich lese, dass der Golfstrom sich verlangsamt und dass die zu erwartenden Klimaveränderungen viel, viel schlimmer sein werden, als alles, was bisher gesagt worden ist. Und das Letzte, was ich sage, wenn ich mir ansehe, wie die Verhandlungen über die Exporte zwischen China und den USA geführt werden, über die Strafzölle, wo ich das Gefühl habe, wir sind fast am Rande einer Wiederholung von 1931, als damals die USA Strafzölle auf wichtige Produkte gelegt haben und die anderen möchte geantwortet haben mit ihrerseits mit Strafzöllen, was dann zu einer enormen Beschleunigung der Krise, der Weltwirtschaftskrise geführt hat, zum Zusammenbruch des Welthandels geführt hat. Trump macht immer wieder Rückzieher. Und ich habe mal das Gefühl, dass er, dass ihm vor allen Dingen um seine Macht geht und er jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treibt, um seine Popularität zu steigern, aber er nimmt dazu in Kauf eine Verschärfung von der Kriegsgefahr und er nimmt in Kauf einen Handelskrieg, um Amerika als Great glaubhaft zu machen, die zu Konsequenzen führen hat, die er gar nicht beabsichtigt, nämlich zu einem Handelskrieg, der sich enorm auf die Weltwirtschaft auslösen kann und umgekehrt zu einer Verschärfung von politischen Konflikten zwischen den Großmächten, die er, die niemand wollte. Der Erste Weltkrieg wurde von niemand gewollt in dem Sinn. Der Ermordung eines Thronfolgers war der Auslöser eines Weltkrieges. Also es ist unglaublich, ja, aber kann man vielleicht, könnte man vielleicht also sich nicht anders damit umgehen, mit der Ermordung eines Thronfolgers als Russland den Krieg zu erklären. Ich sage mal, das sind solche scheinbaren Zufälligkeiten, deren sich die Geschichte bedient und die, aber die Menschheit in eine Krise stürzen kann, wo ich sagen würde, der Kapitalismus, den wir stürzen wollten 1968, was uns nicht gelungen ist, was uns leider nicht gelungen ist. Ich habe gestern eine Radiosendung gehört mit Klaus Leggebi, der war ein linker Intellektueller, der Prof geworden ist, Soziologieprofessor in Gießen geworden ist und der damals bei 1969 sich der Bewegung noch angeschlossen hatte und der hat gesagt, wir haben enorm viel erreicht, ich habe hier das mal zusammengefasst, die Position, wir haben enorm viel erreicht, aber wir haben Gott sei Dank keinen Erfolg gehabt. Sonst hätten wir nämlich Pekinger und Moskauer Verhältnisse oder Moskauer Verhältnisse. Das heißt, wir hätten einen autoritären Kommunismus hier in Deutschland. erstens hat der SDS 1968 für eine Rätedemokratie und nicht für eine Moskauer oder eine Pekinger Kommunismus gekämpft. Also ich habe extra mal das Flugblatt verteilt, was wir 1968 zum Einmarsch der Russen in Prag verteilt haben, wofür wir auf die Straße gegangen sind. Das war die Position des Frankfurter SDS, das war die Position der großen Mehrheit des SDS, gegen Stalinismus auf die Straße zu gehen. Und ich denke mir, was Leggewie übersieht, ist, dass das, wofür, warum wir den Kapitalismus stürzen wollten, dass alle mal sich die Probleme weiter zugespitzt haben und ich das Gefühl habe, ich beneide euch nicht, was ich, also ich habe, Dieter und ich, wir haben 50 Jahre also ohne Krieg hinter uns glücklich gebracht und ohne allzu großes Leiden, wenn ich es mit Vergleiche mit dem, was meine Eltern durchgemacht haben, würde ich sagen, wir haben das bessere Ende gezogen. Aber ich habe das Gefühl, dass das nicht so, ich glaube, dass der Kapitalismus nach wie vor ein Krisensystem ist und Instabilität in Form von Krieg und Krisen eingebaute Mechanismen sind, die auch eure Zukunft bedrohen. und ich denke, es gibt allen Grund, warum dieser Kapitalismus beseitigt werden muss und dass man sich darauf vorbereiten muss und organisieren muss dafür. Dafür plädiere ich sehr, dass wir 68 brauchen, Wiederauflage von 68 brauchen, nur, dass wir uns besser organisieren als das letzte Mal. So, das war's. ичегоpl çünkü. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank.